Auf zu großen Taten und blutig Morden im Herr der Ringe-Risiko. Vor langer Zeit wurde ein Ring geschmiedet. Der eine Ring, der seinem Träger die außergewöhnliche Macht verlieh, über ganz Mittelerde zu herrschen. Der Ring blieb lange verschwunden, bis er vor kurzem im Land seiner Entstehung wieder erschien. Dunkle Mächte machen sich nun mit grimmiger Entschlossenheit auf die Suche nach dem Ring, der von denjenigen, die friedfertigen Herzens sind, verborgen gehalten wird. In dieser Risiko-Sonderedition entscheidet ihr über das Schicksal der Bewohner von Mittelerde. Indem ihr im Kampf um den Ring entweder auf der Seite des Guten oder des Bösen steht, versucht ihr, das Land unter eure Herrschaft zu bringen. Zieht eure Streitkräfte zusammen und kämpft um die Macht über Mittelerde. Und damit herzlich willkommen beim großen Herr-der-Ringe-Risiko-Abend. An meiner Seite, Florentin Will. Guten Abend. Valentin Herre. Seid gegrüßt. Und hier im verschlagenen Org-Gewand, der Anton. Einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr dabei seid hier im Studio. Schön, dass ihr dabei seid da draußen. Einen Wunderschönen, ihr Wunderschönen. Wir werden uns heute durch die Dickichte, die Wälder, die Wiesen, die Felder, die Gebirge, die Flüsse und was alles sonst noch so in Mittelerde herumkrebst durchkämpfen. In einer ganz besonderen Ausgabe des Brettspiel-Klassikers Risikos. Es ist ein umfangreiches Regelwerk, was gleich in einen noch umfangreicheren Konflikt eingreifen wird. Nämlich zwischen den Mächten des Guten und des Bösen, die sich die Hand reichen und gleichzeitig die Schwerter hinterm Rücken zücken werden. Ich bin ziemlich heiß auf das ganze Ding. Ich bin mal sehr, sehr neugierig außerdem, was sich heute Abend noch so ergeben wird. Und es interessiert mich auch ein Stück weit, mit wem sitze ich denn eigentlich genau hier zusammen? Ich habe gehört, da gibt es noch ein paar Informationen. Ein Valentin kommt nie zu spät. Ebenso wenig zu früh. Er trifft genau dann ein, wenn er es beabsichtigt. Manchmal auch kurz vor der Show. Gelingt ihm auch ohne Hilfe der Ends ein Happy End? Der friedlebende Fußballfreund Florentin hat auch das Herr-der-Ringe-Magazin Elb-Freunde abonniert. Hilft es ihm heute bei Risiko, ganz Mittelerde zu unterwerfen? Wer glaubt, riesiges Nerdwissen und eiskalte Schlagfertigkeit gehen nicht zusammen? Der denkt dabei vermutlich an Anton. Heute überlegt er sich keine Geschichte für andere. Heute schreibt er seine eigene. Das war ja wunderschön. Herrlich. Großartig. Als der Ton gerade komisch ist, ich muss mein blondes Haare leider kurz aus meinem Mikro holen. Ich muss das mal sagen, ihr seht fantastisch aus. Ich habe hier nur so einen Mob übergeworfen. Man könnte fast meinen, das habe ich vielleicht auch von zu Hause mitgebracht. Und ihr seid herausgeputzt, es ist großartig. Naja, die Orkswine ist noch nie für Mode bekannt. Also da kann ich ja auch jetzt nicht viel für. Ja gut, aber es ist ja auch eine Limitierung, die ich mir selbst ausgesucht habe. Vielleicht auch, weil es so Spirit-Animal-mäßig ist. Ah ja, da interessiere ich mich gar nicht so für. Aber ist das nicht scheiß heiß unter dem? Ja, in der Tat ist das auch. Wunderbar. Auf den ersten Blick könnte man natürlich meinen, meine Robe ist braun. Allerdings bin ich nicht Florentin der Braune, sondern Florentin der Dunkelorange. Das ist eine Dunkelorange-Robe. Man alle kennt natürlich der Weiße, der Braune, der Graue. Die großen Zauberer. Aber es gibt natürlich auch eine zweite Riege. Zum Beispiel mich, Florentin, den Dunkelorangen. Und ich wurde von meinem Zauberorden hier heute ausgesandt, um Frieden nach Mittelerde zu bringen. Mhm, mhm. Treibt sich eine ähnliche Mission um des Friedens, mein lieber Valentin der Elb? Also Frieden braucht überhaupt keine Geschichte und Rechtfertigung. Weil, ich meine, wir stehen einfach nur für das ein, was eigentlich jeder möchte. Und zwar seine Ruhe und ein nettes Miteinander. Und deswegen brauche ich überhaupt nicht irgendwelche Verkaufsgespräche hier anzufangen, um die Leute von uns zu überzeugen, was doch völlig Usus sein sollte. Ich muss da euch beiden leider vehement widersprechen. Man nennt mich nicht umsonst Anton der Abhacker. Und im Auftrag des großen Auges werde ich heute nur eine einzige Friedensstrategie verfolgen. Nämlich so lange meinem Spitznamen treu zu werden, bis am Ende der Frieden alleine durch den Weg der abgeschlagenen Teile hinter mir gekennzeichnet ist. Aber dann werden wir in Frieden und glücklich leben. Dass aber jemand so mal so denken könnte, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Tja, ich fürchte, mein werter Elb, Sie werden heute Abend noch viel erleben müssen, was Sie niemals für möglich gehalten haben. Und ich möchte kaum eine Minute noch verschwenden, bis ich endlich meine Truppen auf Sie und auf Sie vielleicht auch loslassen kann, werte Mitstreitende. Ich würde vorschlagen, wir beginnen mal mit der Verteilung unserer Mannen auf die Länder, die hier da uns zum Spielball gereicht wurden. Wir haben vor uns jeder 16 Gebietskarten, denn so ist es fair und richtig und ausbalanciert. Diese 16 Gebietskarten werden wir jetzt Stück für Stück enthüllen und unsere Truppen dort platzieren können. Ich behaupte mal, ihr seht vor uns eine weite Karte, die wir zu erobern gedenken, wir müssen das jetzt nicht komplett ausreizen. Also lasst uns beginnen und die Truppen schnellstmöglich in den Kampf schmeißen. Soll ich einfach mal anfangen? Sehr gerne. Also ich habe hier, vielleicht könnt ihr mir auch gleich ein bisschen zur Hand gehen, ich habe hier Minhirath, das ist mein erstes Gebiet und da hätte ich dann entsprechend gerne eine Truppe drauf. Ja, das müssen wir jetzt natürlich gemeinschaftlich finden. Da hast du es. Mein junger Anton. Danke. Danke, Florentin. Willst du direkt weitermachen? Für mich geht es nach Harondor, ein wunderbares Fleckchen. War ich in den Flitterwochen in meiner dritten Ehe unterwegs. Ganz großartig, tolle Wasserfälle. Seid ihr noch verheiratet? Äh, leider nein. Das ist natürlich immer schwierig. So tief im Süden gibt es noch keine Wasserfälle. Wenn man 4000 Jahre alt ist, nicht, das geht es nicht. Die gab es da vielleicht mal, ja. Ja, also ihr seid die Unsterblichen hier in der Runde. Ich habe von diesen, ich kenne nur Wasserfälle aus Blut. Ich bin gespannt. Wo sind denn deine Unsterblichen Lande hin? Wo willst du hin? Ich bin ein Lebemann. Ah ja. Deswegen will ich nach Lebenin. Hm, das müsste unten in Gondor sein. Lebenin ist allein von Gondor. Ach, da habe ich meinen guten Freunden von Gondor. Ähm. Ist es? Ja, danke. Das wird hier schön markiert. Und das ist der Wettkampf zwischen Regie. Ja, wirklich. Wir finden das schneller. Ich mache weiter mit Nurn. Das müsste auch, das ist unten in der Ebene von Gondor, nämlich. Ja, das stehe ich natürlich hin. Na klar. Bei mir geht es ins herrliche Buckland. Ja. Wunderbar. In die Auen und Wiesen des kleinen lachenden Volkes. Äh, ich gehe nach Ru-Daur. 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 Kannst du dich aussprechen. Das hätte ich jetzt tendenziell auch Richtung Süden vermutet. Und hier, Quatsch, Bullshit. Das ist voll in der Mitte. Bei Bruchtal. Ja, klar. Bei Bruchtal. In der Heimat quasi. Oder da, wo es schön und hell ist, sage ich mal. Ich mache weiter mit den Totensümpfen. Das große Gebiet dort oberhalb Mordors. Erkennt sie nicht. Der östliche Düsterwald. Ich sehe jetzt, dass es ein Riesentipp ist. Die Länder sind ja hier eingezeichnet. Ja, das stimmt. Da kann man sich auf die Shape merken. Das ist mega cool. Es gibt den nördlichen Düsterwald und den östlichen Düsterwald. Das ist natürlich... Natürlich eine... So, ich reite geschwind ins Tal von Erich. Erich? Erich. Erich. Das ist unten in Rohan. Das spricht man so ein bisschen wie im Ruhrpott aus. Der Stein von Erich. Da hat Isildur einen großen Stein aufgestellt. An dem dann auch damals, mit dem der Fluch der Armee der Toten besitzt. Okay, wenn wir das machen, dann sitzen wir morgen noch. Ja, okay. Tschuldigung. Minas Morgul eingeloggt. Minas Morgul. War mal Minas Ithil. Hier Tirit, Morgul musst du in der Nähe sein. Hier, da. Ah, hier. Ein absoluter... Gut geschlussvoller. Das war es... Ich höre auf. Das sind ja wie Bundesländer. Ein absoluter Klassiker. Geheimtipp unter Reisenden. Moria. Mmh. Äh, ich will nicht nach Fernost, sondern nach Vornost. Mhm. Das ist hier oben. Mhm. Äh, da ganz genau. Ich hab so ein schwieriges Gewand. Ich mach in Kant weiter. Das ist auch unten im Süden. Welcher Kanton genau? Hier, Kant. Ja. Hast du gut erkannt. Bei mir geht's an die Küste. Nach Enetweit. Oh. Das ist eh nicht weit. Das ist wirklich ein schönes Fleckchen. Hab ich auch mal Urlaub gemacht. Äh, genauso wie bei der Pforte von Rohan. Ja. Die ist natürlich hier. Ach. Och, das ist aber ein bisschen unangenehm nah. Das ist wirklich unangenehm, ja. Ich breite mich in die braunen Lande aus. Oh. Da sind aber auch wirklich nur die... Uiuiui. ...die räudigsten Kasper. Wieso? Schön am Gebirge, am Meer ist ja immer herrlich vorlendon. Schön braun... Vorlendon. Lindon. Ähm, ich suche Lamedon. Warum? Ich hab vor Lindon, du hast Lamedon. Das Luhun ist hier oben. Ach, hier unten. Ah. Ihr habt's. Oh, da bin ich ja komplett... Gondor gehört ja jetzt von mir. Wow, wow, wow. Aber das ist so ein bisschen ja das, was wir... Ja klar, das macht ja auch total Sinn. ...prognostiziert hatten. Ja, ja. Ich mache mit Eregion weiter. Und, äh, oh, das ist natürlich ne, ähm, ne ganze Kiste, äh, hier in der Nähe der, ähm, von Mori. Wie I am. Mir geht's ja schön im Süden weiter mit Umba. 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 Ich hab auch einen fünften Fall. Scheiße. Lorien. Lorien, ja. Ach, das ist... Äh, da ist es doch. Ich mache mit Har Lindon weiter. Ich vermute... Das ist in der Nähe von Vor Lindon. Mhm. Ich bin bei dem... Wetterberge. Wetterberge. Auch so klein. Wie die Wetterspitze. Da gibt's die Wetterspitze. Da gibt's Wetter. Ah ja. Und das ist Spitze. Nördlicher Düsterwald. Ich dachte, das wäre ein Kalimdor. Och Mensch, östlicher Düsterwald. Bin ja direkt daneben, so mein Nachbar. Ach, da, da ist das ja direkt. Ja, klar. Oh, hier haben wir noch ein ganzes Vakuum. Wahrscheinlich wird das nachher in den verteilenden Karten sein. Erst einmal möchte ich aber bitte Richtung Emin Muel. Das ist an der Grenze von den Totensümpfen zu Rohan wahrscheinlich irgendwo. Das könnte ich nämlich schon mal... Ja, hier. Da ist es. Ah, da hast du schon. Ui. Hier? Nee, eins. Guck mal da. Da ist jetzt schon eingefärbt. Ach so, das war schon eingefärbt. Da war jemand schneller. Och, Mensch, da werden Erinnerungen wach. Da habe ich lange in der WG gewohnt mit dem guten alten Sauron hier. Schicksalsbär. Das war was, Mensch. Das muss ja eine schlimme WG. Ich bin hier selbstbewusst in den Süden, keine Ahnung. Ja, würde ich aber auch sagen. Wo ist er denn? Hier. Schicksalsbär. Kannst du den mal bitte bewegen? Da ist er. Jawohl. Ja, ich gehe zu den Hobbitzen ins Auenland natürlich. Und das müsste doch hier oben irgendwo... Ach da, so tief ist das? Ja, ja, ja. Das wusste ich. Ja, gut Land. Viele der Karten hören ja hier oben auf in den meisten Tagen. Ja, ja, stimmt. So, ich möchte bitte in den südlichen Düsterwald, damit wir da auch wirklich alle Besatzungszonen am Start haben. Aber jetzt östliche Südruhen, da musst du auch hier dann irgendwo rein. Äh, Süden ist ja darunter irgendwo. Ja, ach so, als ob der nicht direkt hier ran angrenzt, frage ich mich gerade. Ach, guck mal da. Ach, da ist auch diese geile Feste da drüber. Ja, krass, okay. Ist einfach schwierig, falschrum zu lesen. Nee. Bin ich nicht so leicht. Du hast Südruhen einmal. Wenn du das... Äh, das steht auch richtig oben. Dankeschön. Perfekt, na klar. Minas Tirith. Oh. Ui. Ui, 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 ui. Und ich gehe nach Eskarov. Das ist beim einsamen Berg. Äh, äh, und der... Einsame Berg. Da müsste es eigentlich in der Nähe sein. Eskarov, Eskarov. Berg von Rune. Ach nö, was ist das denn hier? Bin ich doof? Ach, da oben. Ach, da, guck mal. Da wird geblinkt sogar hier. Cool. Ich nehm mir mal einmal Gorgoroth. Ach, Gorgoroth, Gorgoroth, Gorgoroth. Das ist die verbotene Sprache, das... Ah, tut mir leid, das hört man nicht gerne, aber... Belfalas. Mussten wir halt. Wo ist Belfalas? Krakaturuk. Belfalas ist, ähm, auch, glaub ich, Richtung Gondor. Ich seh's schon. Ah, da. Ja, guck mal, Herr Gondor hört doch hier schon komplett hier. Das ist nämlich das Gebucht von Belfalas, das ist das kleine Teil da. Ah ja, ja. Äh, müssen auch die Armee der Toten... Äh, ja, ja, egal. Ja, das ist ein bisschen überbewertet, finde ich. Ähm, ja, ich war da noch nie. Ja, nein, das können sie sich sparen, glaube ich. North Rune. Das nördliche Rune. Äh, ach so, Moment, nicht, dass ich mich... Hier oben, sorry. Oh, ja, ist klar, Norden. Ich will irgendwie alles, was Rune und Harad hat, das will ich immer nach da unten schieben. Mhm. Aber es ist Quark. Natürlich schön in den Bergen, die Festung von Barad-Dur. Alter. Barad-Dur. Also... Na sicher. Jesus. Äh... Ich suche mal da vergeblich wahrscheinlich. Äh, Evendim-Berge. Evendim. Evendim. Ah, hier. Nach oben. Ah, direkt. Da ist, äh, Anuminas. Ach ja. Und ich möchte jetzt aber wirklich nach Harad unten. Na, Harad. Ja, mach's doch, ne? Ne, ach, Naharad. Naharad, ja. Ah, Naharad. Naharad. Die berühmten Schwertelfelder. Mmh. Die Schwertelfelder. Die Schwertelfelder. Könnte echt so ein ziemlich fieses Kellerbier sein. Andrast. Andrast. Ja, hab ich auch schon mal gehört. Das hab ich noch nie gehört, tatsächlich. Das, äh... Da, ganz unten an der Küste. Das ist nämlich, glaub ich, der Ort, an dem Tim Heinke Gänse... ...ein erstes Date verbringen will. Oh, okay. Oh, ich erinnere mich. Da, wo die Boote abfahren am Ende, oder was? Äh, nee, das ist weiter hier oben. Das ist da, weil man da so schön alleine ist. Ja, einfach nur, weil da keiner... Weil da niemand hin will, ja. Das verstehe ich gut. Und ich, ich gehe nach Udun, ins Uduntal. Ja, das Udun. Ja, genau. Flamme von Udun. So, ich... Was darf man lassen in Udun? Einmal bitte nach, ähm... Dru-Weiß-Jaur. Oh, na klar. Dru-Weiß-Jaur. Der Dude, das müsste der... Der Dru-T... Da an der Küste, oder? Oh, tatsächlich, ja. Das ist, äh... Da wohnen, glaub ich, die Pukelmenschen. Ja, mit den Pukelmenschen verstehe ich mich ja besonders gut. Das ist erfreulich. Damit sind unsere 16... Äh, nee, ich hab noch West-Rohan. Oder hatte ich das schon? Äh, äh, äh. Ähm. Ja, mach ich. Aber ich... Ach, da. Ich brauchte Hilfe beim Finden. So, jetzt haben wir alle. 16 Länderkarten verteilt. Und ich hab noch Ost-Angmar. Was? Wie sollst du noch eine? Nee, das kann eigentlich nicht sein. Ost-Angmar. Hä? Aber dann musst du auch noch eine haben. Und dann müsste ich noch eine haben. Hä? Dann wird ich einmal übergangen, vielleicht? Oh ja, doch, stimmt, ja. Du hast angefangen, dann Florin, dann ich. Ähm. Ich hab nämlich noch World. Danke. Sieben. Äh, äh, äh. Warte. Ich hab 16. Du hast World? Wie bitte? Also, World. Die Hügellande. Ach so, die Hüge... Äh, ja, da. Ich find, das sieht auch gut aus. Wollen wir so nicht einfach in Frieden leben? Jetzt wird's spannend. Aber du musst ja trotzdem noch eine verteilen. Ich muss doch eigentlich eine haben. Das ist halt das, äh... Oder wollen wir jetzt erst mal meine Länder zählen und vielleicht hab ich euch wirklich einmal übergegangen. Ach so, das können wir natürlich auch einfach versuchen. Also, ich hab ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Wahrscheinlich fünfzehn, also fehlen eins. Okay. Hast du die Karten gezählt? Ja, die sind 16. Ach so, okay. Das war auch schwierig zu... Eigentlich, die waren 16. Ich müsste 16 Karten haben, ja. Aber ich hab nur 15 ausgespielt, offenbar. Also, oder? Zählt ihr hier 16 Dötzis? Äh, ich zähl mal ganz in Ruhe. Ich zähl 15. Ah, ich hab's. Fangorn. Ah. Oh, du hast Fangorn. Ah, ja. Dieser Wald ist alt. Aber sowas von... Von voller Erinnerung. Okay. Okay, jetzt aber. Neuer Versuch? Ja. Jetzt, wo wir unsere 16 Länderkarten ausgespielt haben, können wir in die freie Verteilung eingehen. Uh. Wenn ich mich nicht täusche, ich lese es nur der Sicherheit halber nochmal durch, weil diese Zahl ist beeindruckend toll, können wir jetzt tatsächlich unsere ganzen 52 Anfangseinheiten, noch auf die Karte bringen. Ach, 52. Ach, was ist das? Danach werden alle übrigen Einheiten der 52 Anfangseinheiten der Reihe nach auf den Ländern verteilt. Steht hier bei mir. Krass. Jeder Spieler hat 52. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Find ich auch geil. Find ich auch nicht schlecht. Aber natürlich jetzt mal, äh, gebt mir bitte mal eure Länderkarten erstmal zurück. Mhm. So, dankeschön. Und, ja, ich weiß nicht genau, ich würde fast behaupten, ich hoffe, mein, ähm, Adjutant an der Seite, der auch den bösen Willen vertritt, ist da einer Meinung mit mir, dass jetzt wir die Reihenfolge umkehren. Das heißt, dass Valentin beginnen kann. Okay. Das wollen wir den 11 in Folge mal gönnen. Äh, aber ich kann jetzt ja auch wirklich alle verteilen, ne? Also ich kann auch eine 5-Waffe da hinsetzen. Äh, nein, nein. Die, die, die Dötzys hier. Ach so, das sind schon 52. Das sollten wohl 52 sein, ja. Ach so. Ach so, ich dachte, die Gesamtzahl, ey. Nee, das, das habe ich nicht so. Das sind auf keinen Fall 52. Boah, da müssen wir jetzt aber echt gut aufpassen. Das habe ich nicht so verstanden. Aber das müssen wir nochmal durchzählen. Ich will nämlich ganz kurz sagen, das sind keine 52. Alter, ernsthaft? Fangen wir mit so einem hohen... Okay, ja, dann habe ich das nicht richtig abgespeichert. Das tut mir leid. Nee, alles gut. Ich habe das... Ist das wirklich nur... Alter, das sind 20 oder 25. Ich habe 25. 25, ja. Okay. Boah, aber das sind doch... Andersrum sind es doch deutlich mehr als 52. Oder nicht? Ich meine, wir können ja auch... Wir können ja auch in 3er... Warte mal, das... Also 25 haben wir noch, habt ihr gesagt. Das sind die 1er. Die 1er-1-Einheiten. Okay, dann haben wir hier... Ich habe 15, 15, 20... Ich habe allein 25 nochmal an... Achso, nee, dann ist es viele, ne? Dann noch 9 3er. Ja. Machen wir das doch so. Okay. Machen wir das erstmal so, ja. 6, 7, 8... Also 25 1er, 9 3er sind 52. Gut. Und wir dürfen auch 3 gleichzeitig... Ich meine, wir werden eben mit den 1er-1-Einheiten jetzt erstmal die Felder... ausfüllen. Ja. Und dann können wir ja auch mit denen... Gut, dann heißt das, wir nehmen jetzt die Reiter und die Einzelleute zusammen. Aber die großen Trolle und Adler bleiben erstmal noch im Horst. Yes. Beziehungsweise in der Höhle. Mhm. Gut. Gut. Dann... Haben wir's. Schau ich jetzt mal. Jetzt muss ich ja natürlich jetzt... Wurde ich vielleicht überrumpelt mit dieser... Ich muss zuerst die Nummer. Ist natürlich fair und cool. Ich finde es toll. Aber ich brauche ein Momentchen, um meine Strategie zu verfestigen. Ähm... Und ich beginne hier. Gar nicht entscheiden können. Wo sind hier die Grenzen? Moment mal. Was ist hier... Gar nicht so leicht manchmal. Ja, ja. Also Flüsse sind auch meistens Grenzen. Ja. Oder wenn nicht sogar immer. Ich hab noch keinen, glaub ich, gefunden, der keine Grenzen darstellt. Ei, 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 ei. Nein, die Karte. Das ist zwar meine Heimat als Böser, aber ich hab wirklich weniger Einblick bisher. Das ist ein bisschen dumm. Einfach schlechte Augen. Du bist sehr weit weg von zu Hause. Ja, ja, wirklich. Großer Zauberer. Was soll's sein? Na ja. Also der Feind ist ja klar, nicht? Alle. Das ist so alt für Strategie jetzt. Vereilen Sie sich mal etwas. Ah, ich bin dran. Okay. Okay, sorry, sorry. Ähm... Okay. Parat. Pff. Hm. Oh. Oh, 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 oh. Ja, ich nehm, ähm... Komm, ich mach's mir erst mal leicht. Die Berge von Ruhn. Hm, ich nehm das hier. Ich kann's nur nicht lesen. Ithilien. 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 Dankeschön. Dann nehm ich Süd-Ithilien. Ich nehm, äh, ich nehm, äh, ich nehm, äh, hier oben, äh, die Dürre Heide. Genau. Äh, ich nehm den, die Dunlande. Mhm. Dann nehm ich das Tarrat. Mhm. Ich möchte hierhin. Nach Süd, die Südhöhen. Eieiei. Dann nehm ich doch die Nordhöhen. Das klingt aber nah dran, du. Mhm. Ich nehm Lund. Ich entscheide mich für das Tal des Anduin. Wenn... Komm jetzt, Feigling. Tolle Örtlichkeit. Och, Maden. Ich nehme Vorratbeif. Vorratbeif. Ich nehm Mithlond. Mhm. Mhm. Wie heißt dieser Kontinent? Arno. Das ist Iriador. 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 Ja. Das müsste Iriador sein. Das warst du gerade? Äh, ah ja. Ich müsste jetzt dann das... Eines der letzten Gebiete. Mhm. Was mach ich denn? Was haben wir denn da hinten eigentlich noch? Ich seh das so schlecht. Äh, auch im Prinzip eigentlich nichts. Da ist nichts mehr. Nee. Okay. Dann ist ja... Dann seh ich nur noch zwei gerade. Ähm... Alter Wald und Borderlande. Mhm. Und ich glaube, ich entscheide mich... Ich entscheide mich für den alten Wald. So, dann nehme ich die Borderlande. Da ist ja nicht mehr viel übrig. Gut. Das war's. Damit ist Mittelerde aufgeteilt. Mhm. So, aber jetzt können wir noch Verstärkungen einrichten, ne? Hab ich's richtig verstanden. Die restlichen, derer Einheiten mal 52 waren, können ja noch ausgerückt werden. Mhm. Äh, und wie machen wir das jetzt? Wir verteilen einfach beliebig oder rundum, oder? Ähm... Weil das sind jetzt noch eine Menge. Ja, das ist eine Menge. Also es spielt ja eigentlich keine Rolle, ob wir es gleichzeitig machen oder nicht. Naja. Oder eher... Doch, doch, doch. Man merkt natürlich schon, wo die... Stimmt, ja. Also ist die Frage, wie wir es machen wollen. Mhm. Ich würde... Dann würde ich jetzt noch mal wieder verändern. Ja. Das Rumgaberecht, diesmal kannst du aber gern, Florentin, kannst dann anfangen. Und wollen wir das so machen, dass wir jetzt erst mal zwei Dreier pro Runde verteilen. Und dann... Aber wir dürfen... Müssen die auf ein Feld oder beliebig? Nein, nein, die beliebig. Also du kannst jetzt zwei Dreier in der Hand nehmen und die auf Felder stellen, die du möchtest. Okay. Gut. Und dann du zwei Dreier und dann ich zwei Dreier und weiter und so fort. Okay. Hat jeder mal angefangen, war jeder mal in der Mitte. Ja, bin ich gut. Passt jeder. Das gefällt mir alles nicht, du. Das finde ich nicht gut. Okay. Wollen wir uns gleich mal unterhalten? Hauptsache, da gibt's direkt Stress da rum. Ich seh zwar unschuldig aus, aber ich bin ein verruchter Elb. Oh. Ich fang erst mal an mit der Emanuel. Dann hast du wieder zwei, Florentin. Hm. Okay. Okay. Moment, äh, alles gut. Ich hab aber auch selber geschlafen. Zwei mal eine Stunde. Moment, ich hab noch einen. Ja, aber Anton ist eigentlich dran. Achso, du bist eigentlich dran? Ich glaub, da haben wir uns. Gut. Da hab ich nicht aufgepasst, das ist mal ein Fehler. Ähm, ja, doch, da bleib ich bei. Okay. Das ist ja nicht, wir haben alle, ne? Mhm. Die Runde geht ja grad so, das heißt, ich bin jetzt wieder dran. Du bist der Letzte, glaub ich jetzt. Genau. Ich bin ja nicht zufrieden da hinten und da, ich bin überall nicht zufrieden. Ich möchte jetzt schon mich vorsorglich beschweren. Ah. Ah. Schon was rein. Ei, ei, ei. Okay. Dann ist Laurentin wieder dran. Achso, du hast noch ... Aber dann ... Okay. Hast du nicht grade? Dann war ich ... Ja, ja, ich dachte nur, wir haben nur neun Reiter. Und jetzt werden ja die zehnten und elften platziert. Ist es schon soweit? Ich meine, ich hätte neun grade gesetzt. Zwei, vier, fünf, sechs. Ach, alle Reiter haben wir gesagt platzieren jetzt. Ich dachte neun Reiter, okay. Weil dann kämen wir auf die 52 mal. Ja, eben. Nee, nee. Du hast schon recht, neun Reiter. Ja. Ich hab aber noch drei von meinen neun. Oh. Okay, ich glaube, die Zahl ist tatsächlich nicht ganz einig. Nee, ich hab mich auch verzehrt. Ich bin einfach dumm. Dödel. Okay. Nee, das ist völlig korrekt. Also, ich hab sechs Reiter platziert, hab noch drei Reiter. Genau. Ich hab sechs für neun gehalten. Zwei, vier ... Ich hab interessanterweise wirklich noch mehr. Der Gehirn steht auf dem Kopf. Genau, ich kann mir auch umdrehen und so. Ich muss hier die ganze Zeit falsch rumlesen. Ist auch gemein mit den Zahlen. Oder? Was erwartet ihr von mir? Ich sag Ihnen, das Zahlensystem von Mordor ist da viel fortschrittlicher. Oh, aber da würde ich mir nach dem Krieg vielleicht mal was erklären lassen. Je nachdem, wie das ausgeht. Wenn es noch einen Nachdenkrieg gibt. Egal, von wem. Ist auch ärgerlich, wenn der Mathelehrer dann weg ist einfach. Ja, ja. Stimmt. Okay. Kann mir jemand mal dieses ... Das sind die wahren Verlierer, sind nämlich die Gewinner. Was ist das für ein Gebiet? Das geht hier rum. Das Gelbe, ne? Und dann hier? Ja, das müsste doch da unten ... Und dann hier. Hier, da steht's in Grau. Ra, rö, ro, du ... Rodondion. Ja, das müsste Rovagnon sein. Das hier müsste Rovagnon sein. Das grüne Gebiet. Und das geht bis hier hoch? Moria? Ja. Schwarzfeld hier? Aha. Und dann hier? Okay. So seh ich das jedenfalls mit den Landesgrenzen. Ja, ja, ja. Crazy, ja. Okay, ähm ... Hast du Florentin? Ach so. Ne, 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 Moment. Ja, ja, ja. Mhm. Uiuiuiui. Entschuldigung. Ich bin so aufgeregt. Sie haben da Stimmen im Kopf nicht, wa? Mächtiger Zauber. Wenn's nur eine wär. Ja, ja. Und viele große Herrscher sind diesen Stimmen verfallen, wissen Sie, Herr Anton. Waren danach bestimmt super erfolgreiche, beliebte Regenten, weiß ich selbst. Ja. Hätte man mir nur meinen Stab hierher erlaubt, dann könnte ich da was machen, aber ... Er wurde mir abgenommen. Er durfte seinen Hammer mitnehmen. Ja, richtig. Er durfte seinen Hammer mitnehmen, nur wurde der Stab abgenommen. Ich spreche ja auch Recht damit. Das ist der Unterschied. Ich find das nicht fair. Hm. Können Sie noch lernen, Krieg ist nicht fern. Ja, mein Junge. Vielleicht ist das ... Ich hab meine Kräfte immer dabei. Noch eine Platzierungsrunde danach, ne? Mit den Pferdchen. Um das nur zu rekapitulieren. Ich, äh, hm ... Jeder hat noch ein Pferd, ne? Genau. Ich hab jetzt noch ... Ich hab noch drei, weil ich bin ja grad noch dran und tue mich schwer. Und ich verteile sie wie folgt. Mhm. Die braunen Lande sind echt groß. Ja. Ja gut, aber, äh, ne? Warte. Du siehst schon, an wem's liegt, das nicht in schwarze Hand verfallen zu lassen. Na klar, na klar. Da siehst du schon, wem diese Verantwortung aufgebürdet wurde vom Schicksal. Das ist nicht immer fair. Ja. Du meinst, das obliegt alles bei uns Guten. Richtig. Das ist vernünftig hier ... Sich auch in unbezwingbaren Horden entgegenzustellen. Weiß ich nicht, aber will man als gute Person wirklich die braunen Lande haben? Na gut. Kann ja ... noch viel draus werden, ne? Ja gut, man muss immer nach vorne schauen. Aber im Ernst war der ... Das ist ein gut kompostierter Boden, das da jetzt wachsen wird. Im Ernst war der, das ist ein riesiges Gebiet. Ist ... Und er braucht nur deine beiden Hanseln da, ne? Hanseln? Welchen? Nieder. Die beiden doch hier. Ja, ja. Nee, aber ach so. Das sind ... Ich bin ein Fan von diesem ... Ach so, das ist ... Von diesen Absprachen. Ach, jetzt ... Das sind fünf Verstärkungen, die der hat fast bis auf deine beiden Felder, ne? Nee, jetzt raff ich's. Ich hab diesen Fluss für die Grenze. Nee, nee, nee. Die gelbe. Ach, das ist wirklich der ... Ah, ja, okay. Ja, ja. Jetzt hab ich's ... Ja, na klar. Jetzt ein ... Auf der anderen Seite ... Das ist ja eine Scheiße. Nee, ich will den Job nicht. Aber du hast ihn. Das Schicksal hat ihn dir hingewürfelt. Scheiße. Aber dass ihr ... Ähm ... Ihr habt euch selbst dahin schon ein Kriegsherd gemacht. Sehr klar, ja. Und alles, was ihr hier oben gegen die braunen Lande, die offensichtlich eh niemand haben will, einsetzt, könnt ihr da unten nicht in eurem Zwiespalt um diese schönen, dicht bewachsenen, herrlichen Gärten ... Das ist richtig. Sagt der einstige Bewaffnete hier am Tisch, ne? Ich mag meine Hügel. Ich möchte mich gegen dieses Narrativ wehren. Zauberer. Gerade die Weisen sind dafür bekannt, allein mit ihrer Stimme schon untag angerechnet zu haben, die keinen Hammer vollbringen haben. Ach was, ach was. Das dreiste Annexion war das hier. Echt? Moment. Einen Moment noch, bitte. Einen Moment noch, naja. Etwas ... Wie diese ... Eine hatten wir doch noch, ne? Ja. Die hab ich, meine hab ich grad gesetzt. Moment, das gehört hier noch zu Eremarion. Was? Sorry. Ne? Ne, hier ist ... Hier ist die ganze Grenze. Genau, genau, ja. Und was ist das hier? Das ist Mordor. Das ist Mordor, ja. Das ist bisher sehr semi-besetzt. Ach so. Äh ... Mh ... Doom ist es noch. Haben wir nicht die ganze Zeit jetzt so rumgespielt? Eigentlich schon, deswegen war ich auch verwirrt, wie ... Aber du hast ... Okay. Dann setzst du dein Pferd ... Ja, ja, ich hab das nämlich falsch gemacht. Und dann kommen wir ... Dann kommen noch viel Fuß, Leute. Hier kommen wir auch noch. Vielleicht müssen wir die dann aber gleich in Fünfer betrachten. Ja, Fünfer find ich gut. Ähm ... Ach, heute teilen wir auch alle noch. Ja, ja, 25. Ja, klar. Du musst da standhalten, ne? Weiß ich nicht, du. Du kannst ja auch von unten und von oben ... Schau mal auf deine Liste. Der kriegt ... Fünf Verstärkungen. Oh, das ist so eine Menge. Das ist das zweitmeiste. Nur wenn er deine beiden dödelt hat. Ja. Ja, der rüstet auf. Wanne. Schon klar, schon klar. Auf der anderen Seite ... Es gibt genug Gras ... Das ist halt so eine ... Undankbare Position. Weil ich verbrenne dort die ganze Zeit nur einhalten. Fünf Truppen. Fünf jede Runde kriegt der Fünfer. Ja, aber was meinst du, die Chance du hast, wenn er fünf Truppen pro Runde kriegt? Aber vielleicht hab ich dann ein paar andere Kontinente. Mhm. Ja. Weil er das zulässt. Naja, der ist er nicht. Der ist nur in seinem Land unterwegs. In keinem anderen Kontinent gibt's so einfach die Chance wie hier. Für ihn grad auf jeden Fall schon. Ja. Ähm ... So, aber ... Ich muss mal kurz zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay, ich hab meine Reiter gesetzt. Ja. Und jetzt fang ich an, die ... Kärchen hier zu ... Jetzt kommt Infanterie in Fünfer. In Fünfer-Paketchen. In Fünfer-Paketchen. In Fünfer-Paket. Und dann geht's auch wieder Reihe um. Fünf mal fünf. Fünf mal fünf. Fünf mal fünf. Dann ... Dann geht's hier los, du. Ist nur komisch, dass ich jetzt anfange. Weil eben hatten wir doch da eine andere Reihenfolge. Aber ist eigentlich jetzt auch egal, ne? Ja, okay. Ähm, dann machen wir das doch mal ... Mache den Anfang von deinem Ende. Drei ... Da ... Mehr als ... Ich hab noch mehr Reiter hier liegen. Nur eine einzelne Einheit hier rumfliegen. Wahnsinn. Aber die müssen auf ein Feld, oder? Fünf? Ach so, fünf auf ein Feld. Fünf auf ein Feld. Fünf auf ein Feld, hätte ich jetzt auch gesagt. Ach so, ja, dann. Damit's jetzt ... Damit wir mal ... Ja, damit's schneller geht. Ja, ja, ja. Na, meinetwegen, meinetwegen. Kann man machen. Hä? Hä? Das ist jetzt ein bisschen unorganisierter Haufen, nicht? Aber ... Wir haben das Herz am rechten Fleck. Du weißt, dass ich das sehe, dass du die da reinstellst. Also ... Ja. Du, vielleicht kann man ja ... Wenn du dich verhandlungsunwillig zeigst, mein Lieber, dann verhandle die Axt. Naja, aber da können wir jetzt ja schlecht verhandeln. Na sicher. Ja. Na, es gibt ja ... Es gibt ja gewisse Bitten, die erfüllt werden können, oder nicht? Äh, das stimmt aber ja nicht. Verschwinde mal mit deinen Einheiten da. Na sicher. Das können wir machen. Oder verstärk nicht nach. Ah, verstärk nicht nach. Wir bauen Korridor raus. Das sind historische ... Wissen Sie, Ahrer 538, da hat der Große einer ihrer Onkel ... Das ist immer Package. Wie so ein Abwurf. Ja, ja. Äh. 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 Ach, Valentin, was ist das denn? Ja, das Vorgeplänkel weiß schon nichts Gutes. Ich oder du? Jetzt müsste ich dran sein. Gut. Und ich setze die 5 ... Ich setze die 5 ... Yeah. Ich stell die schön für dich auf. Das ist ... Ich tu mal die 5 ... Ich schmeiß die da wirklich einfach nur runter. Mhm. Nur fürs Protokoll. Ich stell die 5 hier auf Buckland, aber ersetze die durch 2 Reiter. Also insgesamt 6. Ah ja, das ... Damit das ein bisschen übersichtlich wird. Ah ja. Hier in dem Land ist es jetzt auch sehr voll geworden. Ja, wenn da einer steht, kann man ja 2 rein. Kann ich auch mal machen, ja. Das stimmt, das kann man mal machen. Aber habt ihr dann noch im Überblick, wie viele Einzeldinger ... Ich hab das hier in Fünferpaketen aufgeteilt. Das können wir auch gleich machen. Das war übrigens bei mir nicht möglich. Ah doch. Nee, genau, ich hab 3 zu viel. Bei mir konnte ich 25 nicht durch 5 teilen. Das war ... Das ging nicht. Nee, ich hab einfach eine andere Anzahl. Guck mal, ich hab 3 hier noch jetzt übrig. Okay. Nachdem ich dieses Fünferpaket verteilt habe. Vielleicht hab ich auch was Dummes gemacht. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können das wunderbar nachvollziehen. Ich wette, unsere taktischen Verfehlungen bis zu diesem Punkt sind schon aufgearbeitet. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Dafür auch vielen, vielen Dank. Ja, der Forum. Vielen Dank fürs Zugucken. Forum.rocketbeats.tv Auch gern vorbeigucken. Freuen wir uns. Vor allem, wenn ihr schreibt. War dumm, aber ich mag sie ja trotzdem. Genau, das wär lieb. Ähm ... Ja. Ich hab hier was gefunden. 1, 2, 3, 4 ... Auch Valentin. 5 ... Das ist ja nicht persönlich. Das ist ja nur die Grenzenabsicherung. Da hat mich ... Das Parteiprogramm von Mordor inspiriert. So, ich muss auch mal wieder ... Ich bin gleich schon wieder dran übrigens. Sorry für den Tonbatscher. Ich komm immer in meine Haare mit dem Mikro hier. Ah ... Ich muss mir mal einen Zopf eigentlich ... Auf dem Gehme eines Elbenprinzes. Wirklich ... Ah ... Elben Zopfgummis? Ja ... So, was mach ich denn hier noch eigentlich? Irgendwie für gedöhnt. Gedöhnt. Also ein ... Das ist gleich erst überhaupt losgegangen. Ja, ja, ja. Das ist echt krass. Ich bin jetzt schon völlig fertig. Sind die drei Stück nicht schon rum? Sämtliches strategisches Kapazitäten sind schon erschöpft. Komm. Ich bin jetzt schon am Ende. Ich wage es. Ich wage es. Allein die Reihenfolge sich zu merken. Valentin. Valentin. Ähm ... Ich bleibe nach wie vor verwirrt. Ich muss jetzt einen Reiter mit zwei kleinen Kerlchen kombinieren. Ja, das passt doch. Und dann bin ich raus sozusagen. Also durch meine ich. Verschiedene Figurenkonstellationen. Zack, Bums. Huch. Gut, dann bin ich durch. Die Würfel sind gefallen. Tatsächlich. Es ist entschieden. Nur noch Anton kann den letzten Stein platzieren. Komm. Die nehme ich raus und pack die zwei Reiter rein. Das sind ja sechs Einheiten. Ja, das ist ja gut. Okay. Dann müssten alle Figürchen platziert sein. Derer 52 Streiter sind ins Feld geführt. Wir sind sofort bereit. Oder? Wenn ich so in eure Gesichter gucke. Ja. Ja. Vorher. Aber noch eine ganz kurze Unterbrechung. Dann geht's los. Das cloakern. Die gamle. Das ist für проchnungs. Von denPlausen unter Vierfaktor. mathischend meaning. unciend烈版 Tablav venture. culusschnet. Almaar. gia全場 schon. THE Relations Pin kapitelural. den Witz? Nein was du幅. Wir sind暮ого. Untertitelung des ZDF, 2020 Herzlich willkommen zurück bei Herr der Ringe Risiko. Alle streitkräftigen Einheiten sind verteilt. Das Blut kocht in den Adern, der Kampfesrausch pocht in den Ohren. Und wir werden uns jetzt in das Getümmel stürzen und die Schlacht um Mittelerde entbrennt. Da seht ihr es schon, das Truppenkontingent, das die verschiedenen Völker in dem Kampf um den Ring und um das Schicksal der Welt in den Krieg führen werden. Es ist aufgestellt. Manche von uns fehlen sich schon Luft zu vor wilder Kriegsfreude oder ist das einfach ... Ich kenne mich mit diesen Elben-Gewohnheiten nicht so aus. Das machen wir einfach. Okay, gefällt mir nicht. Ich erkläre euch den Krieg. Ich würde sagen, ein Würfel wäre die höchste Zahl, dann fängt er an und dann geht's los. Gut. Mal sehen, ob uns die Götter heute milde gestimmt sind. So. Mit einer Eins. Gut. Valentin fängt an. Ich hab auch eine Eins. Okay, das Bündnis wird stärker, glaube ich. Also, wie war es dann im Uhrzeigersinn? Hast du gerade gesagt, ne? Ja. Wie geht's weiter? Oder ist es nicht definiert? Das geht im Uhrzeigersinn danach weiter. Das ist richtig, ja. So, was musst du jetzt alles machen? Ehrführer platzieren. Genau, das mache ich mal. Beide? Erste. Achso, beide direkt. Äh, gut. Oder? Schaut euch doch vielleicht jetzt auch mal kurz eure Kerzen an. Das ist eine gute Idee. Wir haben ja noch unsere ersten vier Kerzen hier liegen. Mit unseren ersten Möglichkeiten, unseren ersten Aufträgen, die wir für Siegbedingungen brauchen. Ja. Und vielleicht könnt ihr damit eure nächsten Züge jetzt planen. Und vielleicht sind ja auch Karten dabei, die euch Vorteile verschaffen in euren jetzt kommenden Aktionen. Das kann ja alles sein. Und jetzt werden wir vielleicht auch feststellen, oh Mann, haben wir vorbeigesetzt an dem, was wir eigentlich wollten. Was? Hm. Hm. Okay, ich glaube, ihr seid auch verwirrt. Wow. Also es gibt Aufgabenkarten, aber auch Aktionskarten. Ja. Aufgabenkarten und Aktionskarten gibt es. Vielleicht hatten wir vorher mal eine Beispielkarte. Die sind halt streng geheim. Ja, ich meine Beispielkarte. Oder sind das alle, die im Spiel enthalten sind? Das sind alle, die im Spiel enthalten sind. Ah, okay, dann geht das ja gar nicht. Stimmt. Ich habe so eine Symbolunschlüssigkeit. Ich verstehe das gar nicht. Das kann ich ein Stück weit nachfühlen. Okay, aber geil. Wir wissen alle nicht, was wir tun. Nein, aber warte mal. Da sind die Namen von Festungen drauf. Die müssen wir erobern. Zum Beispiel, ja. Oder von Städten. Ich glaube, Valentin, vielleicht können wir auch an einer Stelle zumindest Symbolunklarheit beseitigen. Das ist mein Heerführer. Ja. Und dein Heerführer ist entsprechend ein bisschen anders. Ja, sie ist ein bisschen anders, genau. Ja, das meinte ich tatsächlich auch. Ach so, ah, das sind die beiden. Jetzt verstehst du. Ach so, jetzt. Oh, das. Weil Pro, ne? Es gibt ja gute, es gibt böse Fraktionen und da gibt es verschiedene Vorteile. Und das ist hier unter anderem auch mit der Art der Heerführer gekennzeichnet, was für wen gilt. Verstehe, verstehe. Jetzt müsste ich nur noch wissen, was ist ein Bataillon? Ich würde sagen, so ein Pinnöpfisch. Für einen, würde ich auch sagen. Für einen Dulli. Okay, okay. Ich wusste nämlich nicht, welche von den Einheiten, aber wahrscheinlich eins. Ja, klar. Man weiß halt nicht, wo die sind, ne? Ja, man muss manchmal wissen. Ach so, ah, ja, ja. Also oben steht, auf welche Karte sich das bezieht. Auf welche, ne? Nochmal. Ähm, es gibt noch einen vierten Spieler, der die Gefährten spielt? Nein. Der sitzt im Hangy. Das hatte ich, das hat, das gab's hier vorhin. Und hier ist er. Das war ja vorhin auch, guck mal, kurz Thema, als wir die Regeln durchgegangen sind. Du spielst das Spiel halt so lange, bis die Gefährten im Ziele angekommen sind. Und dafür gibt es eigentlich Karten. Wir spielen aber nicht auf diese Art und Weise. Bei uns ist einfach die Drei-Stunden-Markierung das Ende. Nach drei Stunden Zeit, seit Beginn der Sendung, wird der Ring in den Schicksalsberg geworfen, das Spiel endet. Okay, aber dann hab ich eine Karte, die unmöglich dadurch wird. Was machen wir dann? Dann würde ich sagen, kannst du eine neue ziehen. Ach so, okay. Ja, dann mach ich doch das. Also ich bin mir... Also genau, wenn ihr was habt, was an die Gefährten gebunden ist, das kann leider passieren, dann gibt es das nochmal raus. Okay, dann könnte ich es doch theoretisch jetzt auch vorlesen, oder? Um klarzumachen, hey, was ist das, was wir rausnehmen müssen? Wir ziehen einfach danach so oder so eine neue, ja. Ja, genau, deswegen. Also ich hab so eine Karte, die heißt Faramir, findet den Ringträger und da steht ausspielen, nachdem die Gefährten gewürfelt haben. Und sie würfeln ja nie. Und das hat mich gerade verwirrt. Hätte ich nicht machen können. Deswegen geb ich sie dir mal, hier leg ich sie mal kurz hin und ziehe irgendwo hier aus der Mitte. So, dankeschön. Toll. Geht denn das jetzt? Das ist die gleiche Karte. Loll. Ausspielen, nachdem die Gefährten gewürfelt haben. Geil. Ja, okay, es gibt eben auch in jedem Krieg eine Phase des Ausholens, Strategiebesprechungen und nicht wenig häufig werden irgendwelche Feldherren schon gehört haben, das geht nicht, mein König. Stimmt. Von daher. Also, man erobert die Festung, indem man den Heerführer aufs Feld bringt, nachdem er eine Grenze überschritt. Den Ort der Macht. Den Ort der Macht, ja, ja, okay. Genau. Dafür kannst du eben, dafür musst du einen Soldaten aber bewegen und an den kannst du deinen Heerführer dann dranhängen. Entschuldigung, ich hatte mir noch nicht alle angeguckt, ich habe noch eine Gefährtenkarte. Guck dir die anderen auch nochmal an, bitte. Jetzt hab ich überprüft. Das ist jetzt tatsächlich die letzte. Ja, perfekt, die passt auch. Hier habe ich dir die alte wieder hinterlassen, danke dir. Jetzt bin ich ready to fight. Wir würfelt haben, um Gorgoroth zu verlassen, ja, gut. Okay, Valentin, du bist am Zuge. Toll. Drei Truppen, müsstest du platzieren? Nee, im Prinzip kannst du schon mehr platzieren, weil du zahlst ja die einzelne Länder durch drei und die Zahl vor dem Komma ist dann die Menge an Truppen, die du bewegen darfst. Was, war das nicht früher so, pro Kontinent kriegt man welche und sonst gibt es eine Standardanzahl? Nee, es ist meistens drei, wenn man nichts hat, aber ist es auch immer schon Länder. Wir sind ja streng genommen eigentlich gerade schon an dem Punkt, wo wir alle 16 Länder haben. Das heißt, wir müssen alle bei fünf Truppen sein, wenn ich mich nicht täusche. Haben wir überhaupt noch so viele? Ja, genau, weil das wird im Komma kompliziert, aber mit den fünf Truppen, das kriege ich. Und die müssen alle auf ein Feld oder kann man verteilen? Die kann es verteilen. Also alles andere wäre für mich irgendwie komisch, auf jeden Fall. So. Man muss sich sehr committen. Das mache ich jetzt auch. Zug 1. Genau, ich tue aber auch diesen Heerführer natürlich, oder beide, jetzt in diesen Zug inkludieren. Und dafür muss ich auch eine kleine Sache nachlesen. Ah ja. Verstehe. Nun gut. Man merkt, das ist ein Spiel, das sich auf ein Tolkien-Adventure, auf eine Tolkien-Welt bezieht. Also es hat auf jeden Fall viel Worldbuilding. Viel Tiefe, ja. Und auch, dass auf den Karten nicht draufsteht, wo das ist. Man muss einfach sowohl den Festungsnamen, als auch den Gebietsnamen, als auch den Macht-Macht-Namen. Vorne im roten Buch ist doch die Karte. Also es muss aber ausreichen. So, Walle, jetzt der erste Zug. Schaffen wir es unter einer Stunde. Ich hab's fast, ich hab's fast. Nur den ersten Zug unter einer Stunde, meinst du? Nee, das ist, glaub ich, unrealistisch. Das ist mein Happen hier. So, hier kommt mein Heerführer. Müssen wir direkt reden. Und so ein kleiner Buddy noch hin. Und dann hab ich noch zwei kleine, ne? Ja. Ich hab selten die Euphorie darüber, dass es einen Zug getan wurde, so schnell umstecken gehen. Ich dachte auch, alle feiern mich jetzt und dann das. So, ich hab jetzt ja nur noch die. Das sind drei. Dann tausche ich das einfach aus und nehm mir einen wieder raus. Ja. Und das mach ich tatsächlich an folgender Stelle. Zack. Okay. Und damit ist mein Zug beendet. Nee, ich hab noch den zweiten. Den zweiten Heerführer noch, genau. Scheiße, an den hab ich noch gar nicht gedacht. Den ersten gar nicht gerade. Der ist hier. Ah ja. Lebernin. Okay. Und der zweite, du, der kommt ... Schwer ist das. Der kommt ... Ah, der kommt hier hin. Okay. Ich hab das klugen Sitz gesetzt. Es kann der Krieg entbrennen. Nein, ihr müsst auch erst mal ... Nee, wir sind ja jetzt im Zug. Ach, ich darf schon mal ... Das war dein Zug jetzt. Ach so, ja klar. Natürlich, ich bin blöd. Jetzt geht's los richtig. Jetzt geht's los. Los geht's. Hey, 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 hey ... Krieg, Krieg ... Ja, Krieg. Ja, klar sein Diplomaten-Spruch. Die Guten sagen das aufständlich. Ja, Krieg ... Okay, ähm ... Dann ... Aber wer ist gegen mich? Ich bin so überfordert, dass ich anfangen muss. Du musst ja auch nichts machen. Ähm ... Ja, das wird bitte gut. Ich möchte hier ... Drum, Weiß, Lauer ... So, warte, das ist jetzt ein Erster. Das ist jetzt dein Ernst? Der alleine? Ja, aber was machst du denn da auch? Von Loh denn? Mit wie vielen? Mit, ähm, mit hier, äh, Westrohagen. War krass, dass ich noch gar keine Heerführer hab, ne? Aber, und er schon mit denen angreifen kann. Wir können auch sonst kurz die Heerführerplatzierung machen. Können wir auch. Kannst ja gerne da reinstellen, der Heerführer. Ja gut, aber dann könnten die auch direkt angegriffen werden. So. Also, ich sag euch gar nicht schlecht. Ich möchte dir nicht so nah treten, aber das wäre taktisch schwierig. Vor allem, weil wir nie wieder... Nein, nein, wir nicht. Den einfach so reinstellen. Meine Güte, hier, Sambol, Lango, das ist doch eh nicht meine Heimat. Das ist doch eh nicht so richtig. Dann tu es, dann roll die Würfel. Mit wie vielen willst du angreifen? Ähm, also, pro Bataillon ist ja ein Würfel, ne? Genau, du musst aber erst, bevor du am Angriff festlegen, mit wie vielen du insgesamt angreifen kannst. Ach, insgesamt, ja. Wie viel du maximal verlieren könntest, wenn ich jetzt nur 6 hab, würfel. Ja, na klar, na klar. Ich greif mal mit 6 an. Okay. Okay. Nee, mit 8. Mit 8 gegen 1. 8 gegen 1, okay. Okay, Leute, wir brauchen noch 2 mehr. Haut doch mal drauf. Ja, okay. Alles klar. Okay. Warte, das ist die elbische Art, natürlich. Hast du gesehen? Da steht einer. Ja, ja, ja. Dann würfel mal mit deinen... Ja? Äh, 5, 4, 3. Ich muss es ja nennen. Du siehst es, glaube ich, nicht immer. Warte mal. Es gültet nur im Karre. Ein Feigling ist ein Würfel. 4. Ähm, so. Das ging schnell. Das war es dann, ne? Also... Die Kommentare können wir uns sparen bei 8 gegen 1. Ich wollte da ein bisschen auf sicher spielen. Aber jetzt ärgere ich mich auch, weil jetzt sind ja alle dort. Jetzt sind die dort da. Jawale. Das habe ich nicht bedacht, du. Ich könnte jetzt den Bürgerkrieg anfangen. Sein erster Krieg. Ich habe schon so lang den Krieg mehr geführt. Aber ich kann ja noch Einheiten verrücken am Ende. Du kriegst auch jetzt erst mal eine Karte, ne? Ich dachte, am Ende des Zuges, weil es noch wieder ein weiteres angreifen will. Ich dachte, wenn man mindestens eines erobert, kriegt man schon eine Karte. Ja, genau. Ja, exakt, so ist es. Aber ich könnte ja noch jemanden angreifen. Das stimmt auch, ja. Mach ich aber nicht. Aber, ähm, ich möchte die noch umziehen. Und das mache ich danach, dann nach dem Ziehen, oder was? Ich würde jetzt... Na, ziehe jetzt einfach die Karte. Ich ziehe jetzt eine. Damit wir das nicht vergessen. Ich kenne das eher so, dass du das am Ende vom Zug ziehst. Aber, damit wir es nicht vergessen. Ja, ja, aber... Wenn es gibt viel, was wir hier zu beachten haben, das... Na klar, na klar. Ähm, so, und jetzt ist der Probezug. Wir müssen nur einmal wissen, wie viel darf ich da jetzt rüberziehen? Beliebig viele? Beliebig viele, aber halt nur einmal jetzt. Ja, ja, ja. Genau, beliebig viele, soweit wie du willst. Soweit wie ich will. Innerhalb deiner Grenzen natürlich. Genau, ja. Nee, dann mache ich das erst mal, weil da ist ja kein Hafen. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, ich bin fertig. Mein Zug ist beendet. Erster Zug. Dankeschön. Der Krieg hat begonnen. Ja. Ah, Gaming und Gewalt in den Chats. Oh, genau. Guck mal, wie das hier alles... Ich ahne euch voll. Stück für Stück. Gut. Also, ich verstehe die Turiner Berge. Die Turiner Berge? Turmberge, ja. Und hier hin... Der Spruch war richtig schön. Ein Turm hoch wie ein Berg. Ein Berg hoch wie ein Turm. Das wäre echt toll. Aber der Zock wird auf jeden Fall sein selbiges Tun. Dann greife ich Evendienberge an. Mhm. Mit... Drei. Mit... Fünf. Also, Rache muss jetzt ja nicht direkt sein. Fünf auf eins. Los geht's. War das wegen des Gags? Schwing die Würfel. Dass du nochmal ausgerüstet hast. Fünf. Oh, ich hasse dich jetzt schon. Ahaha. Dieses Spiel macht so Spaß. Da geht's. Oh, shit. Come on. Ich will dir nicht. Ja, da ist er. Bitte keine Würfelkatastrophe. Ah, schade. Das dürfte es sein. So, tschüss. Danke. Bitte ich kriege. Dann... Moment. Zieh erst bitte deine Karte. Dankeschön. Sehr gut. Und dann geht's weiter. Ach nee. So. Man darf ja mehrmals angreifen, ne? Und ich hab meine Heerführer noch nicht gesetzt. Ja. Das tut mir sehr leid. Das ist verentschuldigt. Hat zwar die ganze Zeit an mir genagt, aber ich hab nichts gesagt. Gehen hier hin. Das tut mir leid. Hm. Äh. Und hier. Ui. So. Und dann möchte ich jetzt angreifen. Hm. Mit meinem Heerführer. Und... Okay. Vier. Das Auenland. Nein, nicht das Auenland. Für das Auenland. Und fünf hab ich. Plus eins. Ja. Ja. Ja, wir sind nicht so gut im Kämpfen da im Auenland. Wir waren ein bisschen auf Butterbier. Dann geht's hier unten weiter. Trinken die das überhaupt? Wie heißt das dann nochmal? Die haben noch Auenbier. Sechs. Da bin ich nicht klar. Äh. Du weißt, was ich meine. So, Sechs- und Heerführer greift hier an. Ach, Florentin. Mit einer Sechs. Ja, gut. Ich verteidige mit einer Drei. Schüss. Oder wenig. Entschuldigung. Drei. Und weiter geht's. Bockbier. Heerführer. Ja, haben sie. Ja. Mit einer Drei. Alter, eine Zwei. Oh, was sind das alles? Ach, diese in Harad da unten. Hayopais. Jetzt, äh. Das wäre euer Name gewesen. Jetzt darf ich ja noch Truppen bewegen. Das ist aber auch ein langer Zug. Und jetzt möchte ich meinen Heerführer und die Drei hierhin bewegen. Mhm. So, jetzt, pass auf. Weil jetzt habe ich ja offiziell... Hier, ich habe diese Karte, die Grauen an Furten. Mhm. Und jetzt habe ich ja mit meinem Heerführer, bin ich auf das Feld gegangen. Mhm. Also habe ich die jetzt erobert? Warte mal. Das muss ich einfach mal diskutieren. Also, Graue an Furten. Erhält Verstärkung in Mithlond. Wenn man, ähm... Und zwar zwei Bataillonen und es gibt zwei Siegpunkte. Das steht auf dieser Karte drauf. Es ist... Ich würde sagen, das ist korrekt. Gut. Das müssten die zwei Siegpunkte sein. Gleichzeitig kommst du aber da jetzt ja drauf und darfst sogar noch eine, ähm... Nein. Wir werfen was durcheinander, Florentin. Wir werfen was durcheinander. Oh, das war aber knapp. Also, ich würde behaupten, das ist eine Eroberungskarte. So rum ist das nämlich. Dadurch, dass du mit deinem Heerführer da draufgezogen bist, erfüllt sich nicht die Karte, sondern du darfst jetzt eine neue Karte ziehen. Das war ja das, was ich vorhin auch erklärt habe. Wenn du mit einem Heerführer auf einen Ort der Macht kommst, dann kriegst du eine neue Karte ziehen. Das war das. Und ich kriege keine Siegpunkte. Und keine Bataillone. Aber du hast es ja, glaube ich, schon im Besitz gehabt. Ach, okay. Das ist ja hau. Es tut mir leid. Das heißt, es ist eigentlich superschlecht, wenn man Karten zieht von den Orten, die man schon hat. Ja. Ja, es kommt ja drauf an, was du jetzt hier kriegst. Nee, aber ich hätte ja auch einfach die von Anfang an haben können, die ich jetzt ziehe. Ja, ja. Das heißt, ich habe ja nur Nachteil. Aber okay, gut, dann ist es halt Pech. Okay. Ja. Gut. Die Denkfehler hatte ich aber auch. Die sortiere ich aus, weil ich denke mal, du ziehst jetzt ja eh eine neue Karte und willst die wahrscheinlich nicht wiederhaben, weil die kennen wir jetzt ja schon. Normalerweise könntest du jetzt nämlich eine Karte ziehen und dich entscheiden, ob du eine abwerfen willst oder ob du die neue für eine austauschen willst, weißt du? Okay. Willst du die wir haben? Nein, ich will ziehen. Gut. Ja. Siehst? Können wir nicht von oben ziehen? Nee, das ist doch so. Ich habe ja das Gefühl, von dir manipuliert zu sein. Ich habe die ganzen schlechten in die Mitte gemischt. Das sind die ganzen Gefährtenkarten. Okay. Hast du eine neue? Ja. Sehr gut. Ja, gut, okay. Müssen wir... Muss man bedenken, ja. Welch kann man... Ja, okay. Na gut. Also ich bin auch manchmal wirklich ein bisschen blöd. Deswegen möchte ich dir mal Sicherheit selber fragen. Also ich habe auch den Denkfehler gemacht, dass hier ein Heerführer, wenn ich den jetzt hier einfach rüberziehe, dann würde nichts passieren. Nee, der steht ja schon im Idoras-Feld. Nee, wegen dem goldenen hier. Ach so. Also du kannst ihn nur rüberziehen, indem du eine andere Truppe dahin bewegst. Ja, genau. Der kann ja nur mit jemandem reisen. Ja, das könnte ich jetzt am Ende von dem Zug machen. Und das Goldene ist wiederum eine Festung. Das müsste ich halt erobern und nicht einfach... Nein, nein, nein. Also nochmal, um das klarzustellen, wenn du mit einem Heerführer auf einen Ort der Macht kommst, darfst du eine Karte ziehen. Ja. Orte der Macht sind diese dunklen Symbole. Genau, die dunklen, ja. Die hellen sind Festungen. Ja. Du kannst mit dem Heerführer auf einen Ort der Macht reisen und dann eine Karte bekommen. Das geht. Was aber nicht geht, ist, Siegpunkte zu bekommen, wenn du ein Gebiet bereits in deinem Besitz hast. Ja, aber das war ja meine Frage. Das heißt, wenn ich jetzt rüberziehe, dann kriege ich keine Siegpunkte wegen dem goldenen. Die hast du schon. Ach, die habe ich jetzt sogar schon. Das Land hast du ja schon erobert. Ah, okay. Der Heerführer hat mit dem goldenen... Das gilt als erobert. Wenn man es von Anfang an hat, ist es erobert. Du hältst es jetzt. Wir müssen das jetzt, also... Okay, jetzt habe ich es gerafft. Die Siegpunkte auf den Karten kriegt man, wenn man das Gebiet, was da drauf steht, erobert. Aber die Siegpunkte einer Festung, die man hält, Ja, aber es sind viele Details. Ich verstehe jede Verwirrung. Und habe mich bestimmt auch schon 30 Mal selber hier vertan. Ich fange übrigens mal an, wenn es für euch geht. Ja, klar, du, dann dein Zug jetzt. Hey. Ist der Zug. Mordor schlägt jetzt zu. So, erstmal. Wasser, Wasser. Äh, ja. Erstmal natürlich, indem ich meine Heerführer platziere. Und zwar... Und zwar, und zwar, und zwar, und zwar Möchte ich einen meiner Heerführer gerne... Mhm, danke. Ähm, möchte ich gerne hier platziert wissen. Uh. Und... In den blöden braunen Landen. Was gar nicht so smart war, ist egal. Und den anderen... Ja, ich möchte natürlich nicht, dass die sofort über den Haufen geballert werden. Der kommt... Hier unten hin. Aber nur noch mal zur Klarstellung. Uh. Auch wenn das jetzt beide, wenn da an beiden Stellen Orte der Macht sind, ich kann jetzt keine Karten ziehen, weil ich habe den Heerführer dort nicht reinbewegt. Aber du könntest ihn hin und her ziehen. Wenn ich eine andere Truppe bewege, kann ich ihn jetzt hin und her ziehen. Und dann kann ich, wenn ich jetzt meinen zweiten Heerführer auch noch hier oben hinhole, was, glaube ich, aber nicht geht. Man darf nur einen Heerführer pro Feld haben. Achso, das ist auch gut zu wissen. Aber trotzdem, wenn ich das tun würde, dann würde ich jetzt auch den Ort der Macht haben. Ja, dann habe ich das, glaube ich, tatsächlich mal final verstanden. So, was will ich denn attackieren? Es gibt ja hier ein paar Stellen, die sich dafür anbieten. Da musst du ja auch nichts attackieren. Ich bin Mordor. Wenn ich nicht attackiere, verliere ich meinen USB. Aber wobei, die haben hunderte Jahre einfach nur sich erst mal aufgebaut. Sie haben dieses brennende Auge, das ist doch auch was. Und so. Das ist Wahrzeichen von Mordor. Wie der Welt für Aggression kennt. Und ich möchte... Ich möchte, ich möchte, ich möchte... Ja, jetzt habe ich meinen Fehler schon gesehen. Egal. Ich würde gerne... Ich würde gerne Lorien attackieren. Mit... Das sind sechs. Das sind... Warum? Was ist da der... Aber da ist doch... Ist da eine Brücke? Da ist doch keine Brücke. Achso, Entschuldigung. Du hast völlig recht. Das ist ja ein Fluss, keine Landesgrenze. Ich würde gerne die Hügellande attackieren. Da ist nämlich die Brücke. Das sind auch deine. Scheiße, ja. Aber das ist stärker verteidigt. Genau, weil ich dachte, was habe ich denn da für einen dummen Denkfehler gemacht? Nein, nein, nein. Das war kein dummer Denkfehler. Das war mein Fehler. Jede Brücke. Also, acht Truppen führe ich gegen deine drei dort ins Felde. Ja, das heißt, ich kann mich auch mit drei verteidigen. Zwei. Äh, mit zwei. Ja. Doch, stimmt. So, danke. Okay. Ready? Ja. Fünf. Vier, vier. Okay. Dann einer von dir, einer von mir. Nehmen die mal weg, ne? Jawohl. Zack. Und hier, deine sind besoffen umgefallen. Mhm. Sehe ich mich. Ich habe eine sechs, fünf, drei. Nicht gewürfelt. Oh. Zwei und vier. Ja. Dann gehen die Lande an mich. Ja, tatsächlich. Wie viele kommen da rüber dann? Zwei hat er doch jetzt verloren, oder? Von drei? Den dritten hat er in der ersten Runde verloren. Ah, hat er auch schon. Genau, den habe ich nur noch nicht wegnehmen können, weil er halt linkspunkt war. Ja, Robert. Äh, gut. Ja, alle rüber? Alle rüber, ne? Außer der ... Ne, der eine kann auch mit. Ja, genau. Aber der eine muss ja stehen bleiben, der hier. Der muss stehen bleiben, genau. Okay. Äh, ich nehme diese Karte hier, nur für die Übersichtlichkeit. Ah, ich da selber hingemischt habe. Diese Karte. Diese Karte nehme ich. Ähm. Und. Dann habe ich da jetzt noch eine Streitmacht. Eine Streitmacht, die ich da aber belasse erst mal. Vielleicht möchte ich noch an anderer Stelle eine Attacke wagen. Ach, diese Landesgrenzen. Quentin, ich tausche hier einmal nur erst mal für meine Übersichtlichkeit. Das heißt noch nicht, dass hier eine kriegerische Handlung vonstatten geht. So, ich habe sechs runtergenommen. Ich habe gar nicht. Okay, ich kann nur ein Pferdchen hinstellen. Und dann die anderen drei wieder zurück. Da habe ich eine Armada von ... Neun. Ne. Nö. Nö, nö. Muss nicht. Mach ich nicht. Bin ich nicht. Ich möchte da oben, glaube ich, nicht attackieren. Stattdessen greife ich aus dem Fangornwald Lorien an. Nö. Nö. Das hätte niemand erwartet. Und zwar mit allem, was dazugehört. Mit allen also? Ja, mit allem außerdem ein Bedösel da. Das sind insgesamt fünf. Jetzt muss ich doch da mal ein paar wegwürfeln. Ach, das ist doch schon ein. Ein Sechser. Ich habe drei Sechsen. Warte, erzähl. Was? Was? Und ich ... Das ist nicht dein Ernst. Ich halte eine Sechse. Ja, und wenn du eine Sechse hast, wärst du das alles ab. Ja! Wallo! Das wäre so gut gewesen. Das wäre so gut gewesen. Okay. Lorien fällt in die Hand der schwarzen Meute. Ihr seid nicht freut, dass er fünf zu eins gewonnen hat. Wirklich. Mit drei Sechsen. Mit drei Sechsen. Ja, das war schon ... Aber eben waren ein bisschen bescheidener da gerade, als mit zu acht eingefallen. Wer ist ein Partist? Ist das Schlau, die jetzt schon rauszuholen, die dreifach Sechs? Das weiß ich nicht. Ja, ähm ... Das ist ... Man kann das nicht immer planen. Das ist ja so ein Ding. Ähm ... So. Ich bin mit meinem Zug soweit dann auch fertig. Sehr gut. Toller Zug. Danke. Schöner Zug. Gibt so eine Karte, habe ich mir schon geholt. Übrigens sehr gut, dass das fünf Würfel waren, weil ich habe nur noch vier. Das ist die eigentliche Ressource in diesem Spiel, wie viele Würfel man noch hat. Genau. Wale, ich freue mich sehr auf deinen Zug. Ach so, ja, der kommt jetzt ja. Der wird ganz toll. Äh, könnt ihr euch auf was gefasst machen. Der wird großartig. Also, folgendes. Ähm, erst mal muss ich ja drei platzieren. Vier. Fünf. 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 Gut, dass ihr immer mitrechnet. Natürlich. Also, du hast doch, wie viel, du hast doch ein Land verloren eben nur, oder zwei. Ähm, ich habe zwei verloren und ich habe aber eins gewonnen. Also, ich habe fünfzehn. Ja, dann passt. Dann hast du noch, also fünfzehn durch drei sind fünf. Ach, das war die Rechnung. Danke. Ähm, noch kriege ich es hin. Das hier sind, ähm, neun, zehn. Du, Wale, vielleicht können wir das auch anders lösen. Du, diplomatisch möchtest du da einfach, äh, das Feld räumen. Wollen wir uns mal unterhalten? Du, äh, mir geht es wirklich nur hier um, wie heißt das? Ich verstehe das schon. Deine Gedanken sind nicht so komplex. Was, das findest du nicht? Nee, aber wir können uns da ruhig mal unterhalten. Äh, lass mal kurz unter der Winfurt. Ach, kämpf doch erst mal. Ich finde das, mir ist das sehr sympathisch. Ach, nee. Hallo? Feinde? Ich bin mit ihren scharfen Adler-Augen, äh, Elben-Augen, einen Blick auf die Gebiete geworfen. Folgendes. Ich biete Ihnen an, das mehr oder weniger kampflos aufzugeben und auch diese Grenzen nicht weiter anzutasten, wenn Sie selbiges mir auch versprachen. Ich will Harad, nicht mehr, nicht weniger. Ah, es geht nur, nur um das Ganze, ein Gebiet da unten. Ja, da würde ich mich, wollte ich mich eh nicht reinmischen. Na, wunderbar. Das ist ja eigentlich ein recht schneller Deal. Aber zurückziehen bedeutet, am Ende des Zuges gehen die da raus, bis auf einen. Am Ende des Zuges geht bis auf einer. Und den mache ich dann fertig. Ja gut, ich habe jetzt natürlich das kleine logistische Problem, dass da einige Truppen dann gebunden sind und ein Heerführer. Aber da finden wir bestimmt über den Seeweg, glaube ich, gibt es da Möglichkeiten, die zu bewegen. Wieso sind die gebunden? Naja, weil die da nicht rauskommen. Das ist ja ganz südlich, das Ende des Reichs. Niemand weiß, was hinter den Bergen liegt. Nee, da drunter ist doch noch Harad. Nee, das ist Harad. Nee, nee, nee. Ich verstehe, was ich meine. Nur die Truppen, mir geht es darum, dass da Frieden herrscht. Ach so, wir müssen da gar nicht mehr viel sein. Jetzt verstehe ich. Genau, dass sie kein Interesse an Harad anmelden und dann bleibt diese Grenze einfach schön für sich. Ich werde die über den Seeweg abziehen, solange sie mir natürlich garantieren, dass dort keine Grenzen überschritten werden. Nee, aber sobald oben irgendwas passiert, ist dieser Deal davon natürlich nicht getroffen. Über oben reden wir an anderer Stelle. Genau, okay. Wunderbar. Dann können wir das genauso machen. Ah ja, vielen Dank. Gerne. Kommt mir zu friedlich wieder. Ah, der Würfel liegt übrigens hier. Ich saß da drauf. Also ja, wir sind natürlich, wir Elben sind Diplomatie-Monster und sind zu einer friedlichen Einigung gekommen. Ich vermute mal. Aber das lag auch ein bisschen an der anderen Seite. Die muss ich auch mal loben. Also das, ja. Ich habe die Befürchtung, dass diese friedliche Einigung im Angesicht eines gemeinsamen Feindes entstanden sei. Ach Quatsch. Nee, es wurde gar nicht über Dritte gesprochen. Ah ja, das ist so viel. Okay. Möchte ich revealen. Der größte Feind der Elben ist die Zeit. Nicht sie. Da machen sie sich mal nicht zu viel aus ihrer Brüche. Deswegen haben die ja auch die unsterblichen Lande. Weil sonst, damit die genug Zeit haben. Richtig. So. Jetzt muss ich aber dennoch die fünf Kerlchen hier kurz platzieren. Und... Zwei gehen schon auf den Weg dahin verloren. Und hier kommen die zwei rein. Und hier kommen noch... Übrigens, nur mal so eine Nachfrage. Jetzt wollen wir den Herrn Valentin auch nicht verwirren mit zu viel Rede. Nee, ich habe eine Frage an dich. Ja. Wie fühlt es sich an als Herrscher von Harad? Ach ja, wissen Sie, es ist eher eine Last für mich. Ja? Diese Verwaltungsarbeit, die Gesetze, die quengelnden Mäuler, die gefüttert werden wollen. So schön ist das nicht, wie Sie sich das vorstellen. Ich verstehe. Krieg macht mehr Spaß als Herrschen, sage ich Ihnen. Aber apropos Krieg, kriegen Sie nicht auch was aus dem ganzen... Aus dieser Verwaltung, die Sie da haben? Ja, natürlich, hier oder da wird der Pöbel ausgenutzt, das ist klar. Hm. Aber auch das macht nicht mehr so viel Freude wie früher. Mhm. Mhm. Ich hatte mich schon immer interessiert. Ich hatte da auch mal eine Stelle... Oh, unser interessantes Gespräch wird von Kriegsgetöse übertönt. Blöderweise folgt auf die diplomatischen Anstrengungen dennoch kriegerische Taten, allerdings in etwas andere Richtungen. Ich greife hier Angmar an. Tolles Land, da möchte ich gerne ein Ressort errichten. Ja, ich verstehe es. Und ich greife da tatsächlich mit vier an. Mit vier Kollegen. Okay. Ich verteidige mit dem einen Bengel, den ich in Angmar zurückgelassen habe, eine Vier. Ja. Damit war es das. Eine klare Sache für Sie. Die sind alle am Start hier. Werter Elbenprinzlein. Schön. Hey. Was los, Digga, Angmar? Ja. Habe ich mich auch gefragt, als dieses Stückchen Elend zurückkam in mein Lager geflohen. Es gibt nicht nur Helden in Angmar. Anton, der Abschläger war dann direkt wieder angepisst und hat seinen Namen alle Ehre gemacht. Wieso muss das hier alles komplizierter sein als das reguläre Risiko? Ich habe hier auch direkt so ein Sondersymbol drauf, was ich nicht ganz verstehe. Ich habe die Gollum-Karte gezogen, Leute. Was ist das denn hier da? Aber nee, passt. Ich kriege das schon raus. Wie geht das jetzt hier weiter? Was wollte ich noch tun? Genau, ich wollte noch... Ja, weiß ich nicht, ob das im Sinne der Diplomatie gerade freundlich wäre. Das kann man doch verschieben alles. Ja, ich alles verschiebe. Du meine Güte, hier ist dieser Kontinent groß. Ach so, nee. Gut, ich ziehe noch ein bisschen durch die Gegend. Mein einer Bogenschützer hat sich überlegt, ich will lieber zu den anderen Bogenschützen im Nachbarland. Und ich nehme meinen Fan, den Heerführer, mit. Wow. Und das ist eine Festungsbegebenheit. Genau, aber das bringt mir ja trotzdem erst mal am Ende, wenn dann was, wenn er dann noch steht. Aber jetzt ist ja erst mal gar nichts. Und wenn es attackiert wird, vor allen Dingen, bringt es was. Dann sowieso auch, genau. Ja, stimmt. Ja, aber nee, damit ist mein Zug tatsächlich so schnell beendet. Müssen wir gar nicht lange rumfackeln. Danke, danke. Auch an Sie, natürlich. Gut. Dann. Das hat sich nur zwei von drei. Das ist ein Zeichen, das mir nicht gefällt. Ich bin gespannt. Fünf. Mhm. Und? Ich bin ja... Im Besitz von Harad, wenn das korrekt ist. Mhm. Was mir noch zwei extra... Das ist halt wirklich fantastisch. Liefert. Ich kann das da hinten nicht ganz selbst überprüfen, muss ich verstehen. Mein Auge reicht nicht so weit. Das ist hier rum und dann am Gebirge. Ja, das würde ich halt auch sagen. Das würde ich auch sagen, weil sonst was soll Mordor sein. Das ist ja grau, ne? Ja, ja. Ja, ja, ja. Damit haben wir das erste Mal, dass ein Kontinent eine Runde gehalten wurde. Weil wir haben eben gar nicht uns gefreut, in Anführungsstrichen, als ein Kontinent erobert wurde. Stimmt. Ja. Aber Kontinente kommen und gehen einen Kontinent halten. Das ist die wahre Herausforderung. Das ist wirklich tricky. Wie viel sind die nochmal? Das sind fünf. Fünf. Der Trollomat ist fünf. Dann nehme ich hier fünf raus. Das sind fünf, neun. Gut, mach ich mal hier. Okay. Dann greife ich Harlingdon an mit auch meinem Heerführer und, sorry, neun. Fünf, acht, neun. Ach, das ist so ein verschachteltes Stück Land da. Okay. Los geht's. Neun gegen sechs. Ich habe eine Vier und eine Eins ins Felde geführt. Ich habe zwei Sechs. Mhm. Gut, dann ... Zwei Sieben sogar. Da ist meiner weg. Das geht schnell. Der kommt aber wieder, sag ich dir. Mach ruhig mal zuerst. Bin gespannt, was ich machen muss. Da wirfle ich den nochmal. Kann das nicht einschätzen. Was ist denn mit dem? Oder ist das nicht ... Ach so, der ist so ... Ja, das kann man schon erkennen. Oder auf dem ... Ich würde sagen, das Kamerabild zählt. Ah, okay. Wenn man es da sehen kann, was es ist. Und ich finde es eindeutig, ne Vier. Okay. Oder würdest du anders sein? Ich habe jetzt durch meinen Heerführer 5, 4, 2. Oder was? Sieht so aus, ja. Okay. Ist auch schwer, die da reinzuwerfen. Okay. Also einer für jeden, ne? Ah, ich höre aus. Starker Wurf. Starker Wurf. Weiter geht's. Drei. Fünf und drei habe ich. Nur mal ganz kurz. Habe ich jetzt eine 7, 5 oder eine 6, 6 gewürfelt? Mit Heerführerboden. Das wäre eine 7, 5. Das wäre eine 7, 5. Mhm. Okay. Ihr müsst mir übrigens, ich kann das nicht erkennen von hier aus. Ach so, okay. Das gibt meine Position nicht her. Ja, gut. Er verliert 2, ne? Wenn ich das richtig sehe. Was hast du denn genau? Ich habe eine 7, 5. Ja. Du hast eine 5 dran. Ja, dann habe ich noch einen Dützi da jetzt stehen. Los! Da geht's. Sechs. Oh. Sieben, vier. Ich habe mit zu vielen Würfeln gewürfelt. Ich wiederhole. Entschuldigung. Ist egal, ich habe eine 7. Du kannst. Ja, genau. Geht gar nicht mehr. Damit habe ich ein Land erobert. Damit kriegst du eine neue Gebietskarte. Jawohl. Dankeschön. Fantastische Leistung. Und. Jetzt hatte er einen ganzen. Hattest du eben für Angmar eine. Doch, hatte ich. Ja, ich hatte eine gezogen, ja. Und ich verschiebe Truppen. Ah. Okay. So. Das heißt, ich darf gar nicht mehr kämpfen, ne? Nein. Ne, will ich aber auch nicht. Das war mein Zug. Ja, toller Zug. Selten so einen guten Schachzug gesehen. Damit geht das Spielrecht wieder an die Armee der Finsternis, die fünf Truppen ins Felde führen darf. Ich hatte ja letzte Runde zwei erobert. Du hast mir... Na, Moment! Na doch, ich müsste noch genug haben. Ich müsste noch 15 Länder haben. Ich könnte jetzt auch durchzählen, aber ich bin eigentlich nicht bereit dazu. Ja, du hast genau, du hast ja zwei... Zwei erobert und zwei habt ihr mir jetzt wieder abgenommen. Ja, damit müsste es ja... Da müsste es ja sogar noch 16 sein. Da müsste es wieder bei den anfänglichen 16 sein. Selbst wenn ich ein Land unterschlagen habe, sind wir trotzdem noch bei 15. Das heißt, fünf Truppen führe ich ins Felde. Und diese fünf Truppen setze ich... Ja, was mache ich denn mit denen? Was mache ich denn mit denen? Ich setze sie... Doch, 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 doch. Oder? Sorry. Ich muss mich aber ein bisschen ranhalten. Da sind ja gerade sechs, da machen wir vielleicht mal acht draus. Und hier wiederum setze ich weitere drei in die Emin-Muriel. Und dann möchte ich bitte mit meiner Armada in die Schwertelfelder einmarschieren. Neun, vier... Die Schwertelfelder. Acht. Bemisst ist die Kopfzahl der Streitklar. Aber die haben ihren Namen nicht umsonst bekommen, mein lieber Anton. Ja. Und ihr da nicht einen riesigen Fehler eingesteht. Das ist eine gute Frage. Ich gehe sechs, fünf, vier. Sechs. Boah, sehr gut. Okay. Dann geschwertelt. Ich drücke dem Zauberer wirklich die Daumen. Also hier geht es jetzt um die Wurscht. Sechs, eins, eins. Aus. Okay. Tja, so viel zu den Daumen. Und so wurde ein weiteres Schwert in die Schwertelfelder gesteckt. Zum Zeichen der Kapitulation. Und eine Gebietskarte wandert auf meinen Stapel. Dann haben wir hier noch... Sieben? Nein, sechs Truppen sehe ich da. Mhm. Ja. Nee, warte mal. Der ist ja nicht auch da mit drin? Doch, doch. Das sind ja sechs hier. Achso, das sind elf. Der muss ja bleiben. Und mit diesen sechs rücke ich Richtung Moria. Oh, nee. Na gut. Ähm, fünf, zwei, eins. Dieser Boden aus Formie. Die Würfel springen immer so geil raus. Ach, schade. Okay. Damit fällt Moria ebenfalls an die Kräfte der Finsternis. Ja, wer hätte das gedacht? Anton, der Abhacker hat wieder zugeschlagen. Das ist gar nicht so gut. Weil der hat jetzt gerade einen ganzen Kontinent. Mhm. Ja, der hat einen Kontinent, ne? Gelb ist hier. Mhm. Ihm gehört jetzt der Gelbe. Das gehört doch schon zu Mordor. Ja, genau. Ja, das ist hier dieses Mordor-Tor. Und was ist das jetzt? Eregion? Das ist, nee, das ist... Rovanyon. Rovanyon. Ja, da muss man ja auch erst mal halten, das Ding. Ja, eben. Also, nee, ich find das auch nicht gut. Bin auch dagegen. Das könnt ihr auch gerne sein. Aber was tue ich jetzt mit der neu gewonnenen Kraft? Warte mal, bin ich eigentlich dumm? Aber nee, da kann ich ehrlich gesagt gar nicht viel machen. Das ist, äh, ja, dein Job. Bin da nicht so richtig dran. Du hast hier ein riesiges angrenzendes Reich, lieber Valentin. Nee, aber hier kann ich nicht rüber, oder? Das ist genau diese schöne Brücke hier. Ah, die habe ich gesehen. Ja, genau. Oder über Fangorn. Sag mal, aber das ist ja auch schon ganz, oder? Das ganze gondorianische Geb... Nein, 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 nein. Ach, ich sehe, ich sehe, was den Truppenabzug gerade eben, was den freigelegt hat. Ach, guck mal. Das ist reine Spekulation. Reine Spekulation, ja, ja. Und Rohan ist ja auch, okay. Ich bin ja mal sehr neugierig, wie ihr euch hier wirklich da geeinigt haben wollt. Ich muss noch verschieben und ich verschiebe Truppen von hier insgesamt diese sechs Stück. Ich nehme einfach noch einen zweiten Reiter, wenn das vielleicht okay ist. und stelle sie hier hin. Ja. Okay. Guter Zug, Kontinent erobert. Damit sind wir das zweite Mal durch. Ja. Valentin. Da. Tu es. Jetzt aber. Jetzt setze ich erst mal meine fünf Einheiten. Ach so, ja, viel hat man ja auch gar nicht mehr dann auf der Reservebank, wenn man nur gewinnt. Oder wenn man wenig Krieg macht. Oder so. Zwei Herangehensweisen. So. Wie machen wir das jetzt genau? Kurze Verständnisfrage. Kann ich auch hier rüber? Ist das offen, oder? Ja, das ist offen. Da kannst du rüber, ja. Okay. Aus Ithilien geht's in die Totensümpfe. Müsste Ithilien sein. Mhm. Ja. Ähm. Gut, ich brauche noch einen klitzekleinen Überlegungsmoment. Das ist ... Herr Zauberer, wie lebt es dich denn im hohen Norden? Hm. Ach ja, wissen Sie. Ja, das ist ja der ganze Postverkehr, dieses Hin und Her. Das ist ... Ach, das ist ... Vor allem, wenn einem das Schicksal so hart mitspielt wie mit mir. Dass die Ziele weit, weit und unerreichbar sind. Ach. Naja. Ach, ja. So ist es wohl. Je weiter das Ziel entfernt, desto schöner das Erreichen, nicht wahr? Und sagen Sie, diese Hobbits, die Sie da jetzt ... Ist es, wie Gandalf sagt, ein nettes Volk? Oder nur Ärger mit diesen kleinen Quälgaben? Sie haben einen Ort in meinem Herzen. Aber ich glaube, dass die Unterorg-Regierung fast mehr aufblühen können als Unterorg. Meinen Sie? Ja. So. Ich greife von ... Karok? Karok? Karok. Karok-Feldin. Äh, Tal der ... Anduin. Das Anduin. Das Tal des Anduin. Tal des Anduin an. Jawohl. Ähm, man fragt sich jetzt vielleicht, wieso? Aber das wird sich vielleicht klären. Gut, ich merke, dass du einen großen Plan hast. Ja. Den du dramatisch dann enthüllen wirst. Das hab ich. Okay. Und was geht das hier mit ... Oh, na vier. Sechs. Hasein. Ähm. Jetzt kannst du jetzt durch den Adler ersetzen. Äh, tatsächlich. Oh, schön. Endlich mein Adler. Oh, jetzt wird's hier gefährlich für dich. Da kommt der kranke Adler. Der kranke Adler. Das ist halt auch nur einer. Wisst ihr, diesen Namen hab ich für den deutschen Bundeshaushalt noch nicht gehört. Fünf. Mann. Ich hab drei in hier. Ach, scheiße. Du musst mal zum Tierarzt. Das hab ich mir nicht so vorgestellt. Vier? Jetzt kannst du nur noch einmal mit drei angreifen, ne? Ja. Ja, ja, das stimmt. Geil. Komm jetzt wieder zurück. Aber Moment mal, äh, mir fehlt tatsächlich einer. Müsst mal einen im Sinn haben. Warum? Aus fünf sind vier? Fass doch. Nein, das ist eins, das ist vier. Ach so, zwei sind dann eher gestorben. Na klar, sorry. Nee, ist einer gestorben. Aber Adler ist ja fünf. Adler ist fünf. Und Reiter, Infanterie ist ja vier. Das passt genau. Ja, nee, das ist Raffis. Okay, ja. Das ist ein gutes Ding mit Helm. Eins. Sechs. Eins, zwei hier. Gut. Ist der Kamerad, das kann ja auch wirklich nicht wahr sein. Nur mal mit dem Reiter. Zack, gib mir den. Nee, das ist ja dreimal. Eine Strategie ist so kompliziert, dass ihr merkt, so Details wie Truppenspielen, darin schon gar keine Rolle mehr. Okay. Das ist wahres Feldherrn da. So, aber weiter geht's hier natürlich. Das ist jetzt, das hab ich mir ganz anders vorgestellt, sag ich ganz ehrlich. Er hat noch drüber geredet, über, ähm, Rovanion, ne? Ja, aber da ist er ja quasi jetzt fast schon. Also Rovanion ist ja überall jetzt für ihn. Ja, ja. Mal reinkommen. Ja, das ist spannend, was du vorst. Es ist nicht so gut gelaufen. Ich hab mich ein bisschen... Warte, du hast drei Leute verloren, okay? Das ist jetzt auch keine Katastrophe. Ja, ich hab's verkalkuliert. Also, mit den Verlusten haben, planen wir eben dran. Wir wollen, dass jeder überlegt. Ja, okay. Schwache Truppen. So, ich greif jetzt hier von, ähm, Teil des Anduin, des Nachbarland an. Okay. Mit zwei aber, ne? Mit zwei. Du hast recht gut, dass ihr das alles im Blick behaltet. Ähm. Ah, guck mal. Ich hab nur drei. Toll. Geht an dich. Wieso? So. Und jetzt, ähm, greif ich die braunen Lande... Ah, nee, da ist ja... Du musst das aufteilen. Du musst einen zurücklassen in... Ja, das kann ich gleich... Aus dem die braunen Lande sind... Also, das ist hier alles, oder? Ja, ja, ja. Und das hab ich jetzt, wo ich da angekommen bin, hab ich das gesehen. Ich dachte die ganze Zeit, ja, ich geh da lang, weil hier ist ja nur einer. Ja. Aber wie... Was ist denn das für eine miese Strategie, die so ein bisschen zu verzeigen... Ja, dann konzentriere ich doch vielleicht auf den Bereich, wo eine riesige Streitmacht steht. Das halte ich mal aus meinem Zug raus. Warum, Florentin? Weil du nächsten Zug voll abstaubst. Darf ich aber... Ja, du hier doch auch. Du hast doch auch die ganzen Boni. Aber das sind... Du hetzt mich hier nur gegen mich. Eri... Wie viel sind das? Mein Gott, wie heißt das Zeug? Rovanion. Rovanion. Ja, aber... Walle. Du hast Haradwais mit zwei und hier oben hast du Iriador mit drei. Walle, das sind fünf, die ihr kriegt. Was sind zwei plus drei? Ach, fünf! Jetzt seid mal beinruhig. Das ist mein Zug. Ich greife jetzt hier erst mal Süd... Ja! Izilien an. Das ist auch gut. So. Was? Wer hätte da mitrechnen können? Der Dolch schmerzt in der Brust. Holt sich der auch der dritte im Bunde sein Konflikt. Ich führe... Viere ins Felde. Mein Gott. Ja, der hat leider die Nachricht nicht gekriegt. Sorry. Das ist... Also du greifst erst mal mit sieben an? Äh, nee, vier. Mit vier? Ja. Gut, dann ist einer raus. Ihr müsstest mir bitte sagen, was da passiert. Äh, ich darf nur noch mit zwei. Stimmt. Ja. Check. Und Gondor erblüht. Okay. Die Karte? Nee, die Karte hatte ich schon bekommen für den Angriff davor. Damit ist, äh, Gondor jetzt mein. Äh, so. Zurück zu... Es sind sieben, ne? Rovanion. Gondor? Es sind sieben. Da müssen wir auch was machen. Also, hören Sie mal. Was habt ihr denn da besprochen? Das auf jeden Fall nicht. Also wirklich so anderthalb Züge habt ihr weiter geplant, oder was? Ich befürchte, wir haben nicht weit vorausgefallen. Jetzt haben wir fünf, fünf, sieben Kontinent-Boni hier. Da gehen fünf hin und da gehen sieben hin. Warum so hellig denn das sieben? Weil du so viel... Das ist doch nur dieser Bereich. Ja, aber du hast, du hast da, du hast den Eingang über Meer, du hast den Eingang hier drüber, du hast den Eingang über Mordor. Hast schon viele Eingänge, das stimmt. Boah. Aber sieben finde ich trotzdem auch happig. Und ich glaube, du hast das nicht auch ne... Ne, du hast nur Minas Tirith, ne? Und dann halt noch ein paar Orte der Macht. Aber da hast du nicht noch eine zweite Feste. Doch, doch, hier, ähm, wie heißt das hier? Äh, Rohan. Aber das ist ja schon ein neuer Kontinent. Ach ja, stimmt. Au, diese Trennung hier vergesse ich immer. Ja, ne, du hast recht, ich hab nur die eine Feste. Ja, ja, ne, okay. Gut. Warte, was machen wir? Äh, ja, genau, das, ähm, was heißt hier wir? Die Entscheidung treffen immer noch die Elben über ihre Einheiten. Was machen die aber? Das ist tatsächlich immer noch ne gute Frage. Das sind mir halt, das ist kein guter Kampf, das sind mir zu viele da. Hier sind einfach sieben plus ein Plus-Eins-Gulli. Und hier hab ich halt nur sechs. Das ist schon mal kein guter Kampf. Dann hier, ich bin dafür nicht gerüstet. Das muss ich ganz klar sagen. Ich seh auch, also, ich möchte der hohen Diplomatie, die dort drüben gesprochen wurde, nicht zu nahe treten. Aber ich seh jetzt auch keinen Grund für dich, den Zug fortzuführen. Nein, auf gar keinen Fall. Weil da sind fünf Bonus. Da, du kriegst sieben Bonus, das heißt, das Gleichgewicht hat sich gerade komplett in deine Richtung, ähm, hinfizzatisiert. Nee, ich hätt' natürlich gerne noch, dass niemand anderes irgendwelche Boni bekommt, aber das kann ich jetzt nur mal nicht ausrechnen, äh, aus, äh, das funktioniert einfach nicht. Und deswegen reicht mir dieser Zug und ich bin raus. Dankeschön. Schöne Tradition. Wie das ihr... Gut. Dein ganzes Fell immer. Ja. Am Ende der Sendung hab ich nur noch diesen nackten Arm hier, weil das immer alles fliegt. Kann man auf der Kamera, glaub ich, nicht sehen. Äh, und man darf nicht aus einem Gebiet in zwei andere eingreifen, oder? Oder geht das auch? Äh, du, Moment. Also, könnte ich jetzt zum Beispiel von hier erst das und dann das angreifen? Doch, das müsste ja gehen. Das geht auch. Weil, also, nur wenn du natürlich deine Truppen dann entsprechend aufteilst, dann geht es, ja. Angreifen kannst du, so viel du willst, du kannst aber nicht aus zwei Ländern in ein Land einmarschieren. Also, du könntest jetzt nicht zum Beispiel, ähm, die Armeen aus diesem Land und diesem Land fusionieren, um mich dort in, ähm, Minhiraz anzugreifen. Mhm. Das geht. Das wird ja wirklich alles an Absurdum. So nämlich. Es gibt Regeln in dieser magischen Welt. Was, was ist das nochmal? Gronador, Gronador. Eriador, kann das sein? Kommt das hin? Das ist Eriador, ja. Du kriegst fünf. Gut. Fünf Bonus. Also, fünf insgesamt, weil Eriador drei und unten für Haradweiss kriegst du zwei. Das heißt, wir, also, es ist wirklich eigentlich nicht viel passiert bisher. Wir haben die, wir sind gleichmäßig gewachsen. So, und jetzt, ähm. Und hier drin stehen fünf plus Heerführer, ne, in diesem Gebiet hier. Drei, fünf. Ja. Plus Heerführer. Ja. Ja, das ist richtig. Oh, Heerführer ist, wir haben Heerführer noch nie defensiv erlebt. Das kann wirklich reinhauen, glaube ich. Wie viel brauche ich denn für fünf? Aktuell sind es sechs. Ich glaube, ich brauche da schon... Warum, Florentin? Ich möchte das gerne verstehen. Weil da unten ist ein Feind, der ist mächtiger, der kriegt mehr Bonus als ich. Und da sind auch die Gebiete, wo du mit deinen Aufträgen tendenziell mehr Punkte bekommst. Weißt du, was der für Aufträge hat? Tendenziell ist ja da, wo die guten Gebiete sind, und man hat einen Auftrag da, als böse Fraktion kriegst du mehr Punkte. Ja. Hatte ich ja vorhin erklärt. Ja, ja, das stimmt. Also es kann natürlich sein, dass alle seine Aufträge sich hier drüben bei mir befinden. Das ist dann natürlich eine ungünstige Sache, wenn die besten Freunde gegeneinander agieren müssen. Aber gut, das wollte ich halt verstehen. Es gibt aber nicht einfach mehr Aufträge bei den Guten. Nein. Okay. Das sind vier. Und das sind sechs da hinten. Okay. Sorry. Dann kämpfen wir erst mal hier. Drei hier und drei hier. Sechs insgesamt. Mhm. Drei hier, drei hier. Wir halten es im Kopf. Ich greife an, einmal in Nurnen. Mit einer fünf. Fünf? Okay. Das sind jetzt nur noch zwei. Also mit zwei Würfeln noch? Ja. Eins auf der Kippe, sorry. Muss ich noch mal machen? Eins und drei. Eins. Glück gehabt. Und dann noch mal mit drei ins andere. Möchtest du jetzt die Gebietskarte ziehen oder erst danach? Das wusste ich mir jetzt, hätte ich gut überlegt. Ich gehe erst mal mit drei auf die andere. Und eine fünf. Drei. Gut. Okay. Boah, diese... Das ist auch nervig. Zwei, drei. Ich hätte einfach von Anfang an sagen sollen, ich gebe euch immer die oberste. Jetzt machen wir hier diesen Zirkus. Aber, der gehört dazu. So, das ist schade für mich auf jeden Fall. Ich habe leider nicht mehr die... Hey. Ja, und wieso schließt du deinen Kampf nicht noch ab? Wird knapp werden, denke ich mal. Ja, aber du hast ja auch ein paar Einheiten nach hier oben getan. Warum hast du die denn nicht da unten benutzt? Mordor hast du ja noch nicht. Das stimmt. Aber da oben sind die Einheiten, weil sonst ist der nächste... Du hast recht, sorry. Ich habe es falsch gesehen. Ich dachte, nur das ist Mordor. Ach so. Aber hier ist die ganze... Das gehört auch. Einfach falsch gesehen. Okay, verstehe. Ja. Okay. Jetzt schauen wir mal, wie sich der Heerführer defensiv macht. Und zwar... Okay. Mit 6, 9, 10 greife ich hier an. Gegen meine... Das kann jetzt natürlich ein absolutes Massaker werden. 5. Ja. Okay. Ich habe 6 und 2. Okay. Ne, 7 und 1, sorry. 3, 2, ich verliere 2. Nein, 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 nur 1. Ich habe 3, 2. Ich habe aber 6 und 1. Ach so, okay, sorry. Ich habe vergessen, dass ich den Heerführer auf die 6 addiere. Das ist ja alternativ los. 5, 2. Äh, sticht. Also beide von dir. Schon ein Kampf jetzt gerade. 2, 2. 4, 1. Heißt einer von dir, einer von mir. 6, 5. 6, 6. 2 von dir. So, damit habe ich jetzt noch 4. 4 gegen 3. Ja. Boah, Alter. 1, 1. Das ist fies. Oh Mann. Ist noch einer? Hm. 6. Ja. Und damit verliert der Erste seinen Heerführer. Der Kontinent-Bonus ist auch weg. Und die Machtverhältnisse kippen in diese Richtung des Tisches. Das war ein starker Angriff. Aber Heerführer-Defensiv ist schon auch krass, ne? Ja, das ist krass. Und ich vermute mal, ich werde diese Runde auch nur 4 einhalten kriegen, weil ich so viele Länder verloren habe. Ja, wahrscheinlich. Und auch in Mordor natürlich auch. Da ging alles auf dich. Und ich greife noch weiter an. Ja, ja, ja. Ach du mein Gott. Mit 5. Hier rüber. Uh, okay. 5. Ja. 4 an dich. 2. Dankeschön. Ui, 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 ui. Hm. Das ist hier blau. Ja, ja. Da sind noch zwei. Das ist blau. Das ist rot. Das ist noch riesengroß. Okay. Gut. Nee, passt. Mhm. Das heißt aber, ich kann jetzt auch... die alle auch hierher beschieben. Ja. Mit Herführer. Das geht, ja. Gut. Das war mein Zug. Der Zug. Guter Zug. Guter Zug. Äh, Mann, oh Mann, oh Mann. Ah. Hm. Schade, 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 schade. Okay, ich bin an dem Zug. Das ist hart für dich jetzt. Jo. Wie viel kriegst du? Vier. Vier? Mehr bestimmt nicht. Ähm, ich glaube... Ich hab eine Gebietskarte fallen lassen. Das ist auch doof. Oder hab ich eine nicht gezogen vielleicht? Ich hab doch dreimal attackiert bisher, oder? Oder ist das jetzt mein dritter Zug gerade? Nee, es ist... Nee, es ist Quatsch. Nee, ich hab nur vier. Ich kann nichts tun, außer mit diesen Vieren mein Glück versuchen. Mhm. Da ist nichts anderes zu machen. Und, ähm, ich möchte attackieren aus den... Also, ich hab ja nicht viele Möglichkeiten. Ich muss und möchte attackieren aus diesem Stückchen Lande hier. Mit allem, was ich habe, das sind... Nee, das waren vier, das war alles richtig. Ähm... Stürme ich wieder zurück in die braunen Lande. Nehme meinen zweiten Heerführer mit. Also, drei Heerführer. Und dann machen wir da sechs, sieben, acht draus. Und ich kämpfe... Nee, wobei, nee. Ich geh mit... Ich geh mit dem hier. Ich geh mit meinen sechs, zehn gegen deine dort befindlichen Florentine. Wow! Okay. Da wird dir andere Heerführer gerecht. Na, mal abwarten. Sechs, zwei, zwei. Sechs, drei, zwei also bei mir. Äh, nee, Quatsch. Eins, zwei. Jedes Mal meinst falsch. Okay, dann, äh, einer von dir, einer von mir. Valentin, kannst du vielleicht den einen? Glück, okay. Ja, klar, sorry. Du warst ein Pinot, danke. Äh, ist es der? Nee, nee, in den braunen Landen attackierend. Das da, genau. Danke. Äh, fünf, fünf, zwei. Fünf, zwei, eins, eins wieder. Mhm. Bei mir bitte auch wieder einen rausnehmen. Dankeschön. Sechs, drei, drei. Drei, eins. Das heißt, beide von dir. Und damit sind die braunen Lande wieder in meinem Besitz. Ich nehme eine Gebietskarte. Schön. Sehr schön, gut. Schön gemacht. Jawohl, okay. Ich darf eine Abenteuerkarte ziehen, denn ich habe einen Heerführer erfolgreich zurückgeführt. Florentin wärst du so gut. Erfolgreich zurückgeführt? Zurückgeführt in mein Land und zu einer dieser Orte. Weil der stand da ja mal, ne? Das meinst du mit zurückgeführt? Genau, das meine ich mit zurückgeführt, aber diesmal in erobernem Zuge. Stimmt, ja. Und nicht im Sporn-Sinne. Mhm. Moment, wo schon mal ein Heerführer stand und du ihn noch mal hinbringst, kriegst du eine Karte. Nein, nein, nur bei der Heerführer. Genau, das war nur, ich habe meinen Heerführer zwar gerade gerecht, das war das, was ich noch angebracht hatte, aber weil mein Heerführer von dort nach hier gezogen ist und hier ist ein Ort der Macht, da habe ich jetzt eine Karte ziehen. Ja. Und diese Karte, die werde ich jetzt noch schnell ausspielen. Also ich kann mich direkt ausspielen. Ja, da steht sofort ausspielen. Wir nennen einen zweiten Heerführer. Ha, 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 ha. Hey, mein Klasse. Was, ein Glück. Der Führer ist tot, lang lebe der Heerführer. Der hatte ein schnelles Comeback. Was, ein Glück. Wow. Und dann stecke ich den, wo stecke ich den denn hin? Das muss ich jetzt mal überlegen, weil ich muss auch noch meine Truppen verschieben, das kann ja alles nicht hier so bleiben. Das muss ich noch machen, das möchte ich noch machen auf jeden Fall. Ich setze den dorthin. Hier bin ich ja, ne, also es war noch kein Verschieben. Ich habe ja nur meinen Heerführer gesetzt, nur um das nochmal zu protokollieren. Jetzt möchte ich noch Truppen verschieben. Und zwar verschiebe ich, verschiebe, ich verschiebe. Was denn? Wer ist er? Den bist du wahrscheinlich abgestürzt. Der arme Junge. Der hat sich da einfach in ein Land geschlägt. Das ist Gollum, das ist Gollum. Der ist unterwegs. Das war ja. Versuch das. Ah Mann ey. Ist nicht ideal alles hier, aber ich muss ein bisschen Risiko gehen. Stark. Falscher Platz, falsche Zeit. Und verstärke meine Grenzen. Ja, nicht schlecht. Ja. Gut, damit beende ich meinen dritten Zuge. Und mit diesem Applaus tragen wir uns in eine kurze Unterbrechung, schnaufen einmal durch und gleich geht's hier fulminant weiter. Weiter, ah. Ein Wunderschön, ihr Wunderschön. Herzlich willkommen zurück bei Herr der Ringe Risiko. Es wurden insgesamt neun Züge pro Person drei gespielt. Und die Schlacht um Mittelerde ist schon ziemlich, ziemlich heiß entbrannt. Zumindest von einer Personalie am Tisch kann ich mit Sicherheit sagen, die sich schon ein ziemliches Gefühlschaos durchgemacht hat. Aber wie war es denn bei dir, Florentin? Ja, ich sag mal, wenn man ein Land so lange kennt, nicht? In so einem Wandel. Diese politischen Grenzen, das sind für mich natürlich nur willkürliche Linien auf der Karte. Was natürlich manchmal dazu führt, dass man nicht merkt, dass jemand schon ein komplettes Gebiet erobert hat. Wenn man denkt, ist das eigentlich größer. Aber anscheinend die aktuelle politische Lage, ich hab die letzten 700 Jahre keine Zeitung gelesen. Deswegen kann das manchmal zu Fehlentschlüssen führen. Aber ich fühl mich ganz gut. Und ja, ich bin gespannt, wo uns die Reise noch hinführt. Das bin ich allerdings auch. Und ich bin auch gespannt, was die Gelbe Ammee da vorne noch so vorhat. Die sich überall auf der Karte immer weiter ausgedehnt hat. Mit ihren Springerchen und Reiterchen. Das ist korrekt. Wir wollen die Menschen schützen und haben das mittlerweile mit 23 Ländern getan. 23? Wenn ich mich nicht verzählt habe. Wir Elben können alles, nur nicht so gut zählen. Gott. Und ja, nachdem wir uns fast auch vom Feind um den Finger wickeln lassen haben, haben wir das natürlich nur riskiert im Zeichen des Guten. Ob das die richtige List war, wird sich in den nächsten Zügen herausstellen. Hm, okay. Also, wie viel kriegst du jetzt? Erst mal, dass du etwas anderes kriegst, denn ich würde sagen, wir müssen noch einen kleinen Kartentausch bei dir führen. Das ist tatsächlich richtig. Wir haben versucht, in dieser kurzen Pause herauszufinden, was meine Karten bedeuten. Und wir haben es nicht geschafft und deswegen gebe ich sie dir einfach zurück. Wir können am Ende der Sendung vielleicht mal ein bisschen drüber reden. Würde ich aber nicht jetzt machen, würde nämlich zu viel Diskussion hervorrufen. Deswegen lege ich die mal hier hin und ziehe zwei neue tatsächlich. Also, bisher wurden mehr Karten aufgrund von Unklarheit gezogen, als aufgrund von Orten der Macht. Ich möchte den Namen Ort der Macht einmal challengen an dieser Stelle. So, jetzt habe ich eine Karte gezogen, hier steht sofort ausspielen. Muss ich die jetzt sofort ausspielen? Wenn du am Zug bist? Also, nee, ja, doch, ja. Ich bin jetzt dran. Das ist auch eine Aufforderung, man muss die sofort aus. Du spielst die jetzt sofort aus. Ja, okay. Ich habe sie noch nie gelesen, jetzt wird es mega spektakulär, mein Zug beginnt nun. Und ich spiele aus. Du hast einen Höhlentroll sofort ausspielen. Wenn eine böse Streitmacht Moria kontrolliert, bekommt dieser Spieler zwei extra Bataillone. Andernfalls verliert die gute Streitmacht zwei Bataillone. Ein Bataillon muss immer bleiben. Wow. What? Krieg ich? Wer hat jetzt Moria? Ich habe Moria. Krieg ich Armeen? Das finde ich gut. Scheiße, ey. Was ist das denn? Ja, böse Streitmacht, du bekommst zwei extra Bataillone. Oder gilt, dass du, weil du die Gute bist und es gespielt hast, aber Moria nicht kontrollierst, zwei verlierst. Ja, so wird es gemeint sein. Stimmt, ich verliere zwei. Ich nehme die natürlich mit Kusshand, aber ich glaube, sie stehen mir leider nicht zu. Allerdings steht ja in Klammern drunter, ein Bataillon muss immer bleiben, was sich ja schon auf Moria bezieht. Was da steht. Genau. Du kannst keine verlieren, wenn da keine. Exakt, ich bin da ja null involviert aktuell. Das heißt, du kriegst zwei auf Moria. Würde ich auch sagen, ja. Ha! Das Glück ist mit dem Bösen. Wäre ich da jetzt gestanden, hätte ich halt dort zwei wegziehen müssen. Wie viel kriege ich? Zwei. Zwei, auf Moria. Ja. Alter. Zwei kleine Trolle. Nee, Orks. Ja, während er zwölf regulär kriegt erstmal. Ja, genau, weil ich will nur mal, damit hier später nicht Schiebung gerufen wird, das ist ja ein Land hier. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, zwanzig, neunzehn, zwanzig, 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 ich hab grad überlegt, ob das noch ein Flussarm ist. Ich hab jetzt zweiundzwanzig gezählt. Das würde bedeuten, du hast sieben Armeen Grundstock. Das ist tatsächlich wichtig, ja. Sieben Kontinent-Bonus. Vierzehn. Vierzehn. Das ist ja eine ganze Menge. Toll. Eiii! Die Adler kommen in Scharen geflogen, meine Freunde. Oh, es wird überall nach Vogelkacke lief. Nee, das sind total stubenreine Adler, die fliegen immer auf den Gipfel und machen das dort. So. Die anderen nehm ich nicht. So, die, äh, jetzt hab ich toll gezählt, aber ich muss natürlich gucken, was mach ich strategisch. Und einer fliegt mal hier hin, meiner fantastischen Adler-Impression. Okay, dann sind jetzt noch neun übrig. Ja. Weil das sind ja fünf. Ja, das ist richtig. Dann kommt ein... Ich will nicht mehr. Ein Adler noch hier reingeflogen. Der nächste platziert... Also noch vier Truppen hier? Nee, das geht da nicht mehr. Er kann da nicht landen. Oh, Mann! Äh, perfekt. Die kommen alle hier rein. Okay. So, und, äh... Adler sind aber sehr friedliebende Wesen, wie ich sie kennengelernt hab. Also die muss dann zurück... Die illoyalen Biest da sind manchmal nicht da, wenn man sie braucht. Ja, klar. Die Illoyalen waren an sich sehr friedlich. Hier machen die nicht. Also das wird zu keinen großen Kampfhandlungen kommen, da bin ich mir sicher. Ja. Ich glaube... Ich möchte den in den Palantir Richtung Elbenwald rufen. In den roten Palantir möchte ich rufen Richtung Elbenwald. Jetzt sofort. Ist der Elbenwald auf Empfang? Ähm... Eigentlich nicht. Aber... Okay, wait! Aber Moment, Moment. Ich hab grad zwei Gedanken gleichzeitig. Ich muss mich jetzt mal drauf einlassen. Du möchtest also mir ein gutes Angebot unterbreiten? Ich... Ähm... Hoffentlich. Ja, das hör ich mir natürlich an. Also da sind wir eben natürlich erstmal in der Diplomatie interessiert. Dann lass uns doch mal... Das ist doch mal sprechen. ... miteinander über den Palantir chatten. Ach... So, guten Tag. Guten Tag. Äh... Anton Abschläger mein Name. Und Sie? Äh... Valet der Elf. Äh, Elb. Schön, Sie auch mal persönlich kennenzulernen. Ich hab auch immer Probleme mit dem Nachnamen. Mal der Abschläger, mal der Abhacker. Ja, es ist... Ja, ja. Wissen Sie, passt an, passen Sie auf. Ich habe Kunde vernommen. Kunde vernommen von meinem Boden des Krieges. Und, ähm... Sie berichten mir Besorgniserregendes über die Partei des Zauberers Florent. Denn, wenn wir mal ehrlich sind, der mag sich in eine Situation gebracht haben auf der Karte, die gerade noch gar nicht so bedrohlich ausschaut. Aber, ehrlich gesagt, er kriegt die Kontinent-Boni, er ist in Rohan vertreten und er ist stark. Er hat starke Grenzen, während mein Reich schon einmal grundlegend erschüttert worden ist. Das stimmt. Ich kann den Reiz total nachvollziehen, vielleicht auch aufgrund von früheren freundschaftlichen Banden, vielleicht die Aggressivität erneut gegen die Orks zu legen, aber ich möchte zu bedenken geben Folgendes. Das ist ein sehr großes Land. Das ist ein sehr großes Land, was wahrscheinlich, trotz ihrer beeindruckenden Stärke, wenn ich das mal so sagen darf, in einer Runde nicht zu besiegen ist. Welches Land? Das Land, in dem meine Orks gerade, ihr friedliches Leben, ehrlich gesagt, viel Kampfhandlungen gab es ja zwischen unseren Völkern. Das stimmt. Ja, 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 korrekt. Wir leben da einfach nur sehr, sehr friedlich. Ja. Ich habe die leise Befürchtung, dass dieser Frieden gestört werden könnte und auf der anderen Seite allerdings der böse Zauberer Florentin es hinbekommt, dann doch tatsächlich sich weiter Richtung Rohan auszubrennen. Dann wäre er erstens ihr direkter Nachbar, wäre ungestört in seinen Kontinentboni und auch wenn es meinem Volk einen schweren Schlag versetzen würde, wenn jetzt die Grenzen meines Landes wackeln, das gebe ich offen zu, trotzdem muss man dann sich mit einem noch viel mächtigeren Feind auseinandersetzen. Das stimmt. Ich habe eine kurze Zwischenfrage. Haben Sie eine Karte dabei? Rohan ist das über ihrem Land. Also von Süden nach Norden. Über Gondor. Über Gondor. Jaja, die Nummer. Okay. Dann weiß ich jetzt, wovon wir reden. Der hat auch viele Boni, der Kontinent. Ach so. Und Florentin ist da gerade der Einzige, der wirklich ernsthaft Ambitionen hat. Ja, ne? Der erhebt da gerade so ein bisschen Anspruch drauf. Ja, da kann ich auch sagen, da habe ich eigentlich auch vor, mich einzubringen, weil da, wir haben Verträge. Da kann ich jetzt nicht so im Detail drüber reden, aber das betrifft die nicht. Das heißt, da kann ich Ihnen schon mal irgendwas zusichern. Aber was ... Meine größte Sorge wäre, dass sich die Attacken von beiden Spielenden, von Ihnen gerade und von Herrn Florentin, dem Zauberer, weiter auf das Land Rovanyon konzentrieren. Ja. Obwohl die Kontinent-Body sogar in Verbindung mit meiner Ländermasse für wenig Truppen ausreichen. Das ist mir aufgefallen, ja. Sodass sie sich die Welt da ... Naja, was heißt aufteilen? Wenn Sie ... Sie werden da unten, werden Sie noch eine Weile stark bleiben. Aber Herr Florentin hat starke Aktien weiter im Norden. Da kann ich Ihnen keine Stirn bieten, wenn Sie mir nicht ein bisschen Luft zur Entwicklung lassen. Dann werden Sie am Ende von drei, vier Kontinent-Bony spätestens nächste oder übernächste Runde überrollt. Das ist tatsächlich ein sehr gutes Argument. Ähm, also dass ich Ihren Kontinent, äh, Rovanyon ... Rovanyon. ... nicht angreife, kann ich Ihnen nicht versprechen. Es wird Situationen vielleicht geben können, da muss ich passieren oder ... Mir würde, im Zweifelsfall, würde mir ein oder zwei Rundenpause schon reichen. Genau, das ist höchstwahrscheinlich überhaupt kein Problem. Ich muss mir die Lage natürlich gleich noch mal angucken, aber tatsächlich kann ich Ihnen ein bisschen Einblicke in meine Strategien geben. Ich hatte auch eher geplant, entweder im Norden einen kleinen Krieg gegen unseren gemeinsamen Feind zu führen oder eben in Rohan. Ob und was ich davon mache, ist noch nicht ganz durchdacht. Aber auf jeden Fall ist gerade kein Einfall in Rovanyon geplant für die nächsten Züge. Außerdem haben Sie mich argumentativ überzeugt, dass da doch die Waage zu halten am Ende vielleicht die klügere Entscheidung ist, als einen sofort auszuschalten. Das, äh, ich danke. Danke für die Einsicht. Und ich hoffe, dass wir edle Kriege vielleicht noch führen werden. Ich verstehe, dass Sie mir nicht zusichern können, dass es nie zu einem Konflikt kommt. Eben, es gibt keine Verträge jetzt. Wir haben uns nur einfach mal unter vier Augen ein bisschen Strategisches ausgetaucht. Und festgestellt, dass es noch eine Partei gibt, der wir beide auch Asympathie entgegenbringt. Ja, genau. Nur weil ich einen Vertrag habe, bedeutet das längst nicht, dass da irgendwelche Sympathien herrschen. Das kann ich als Org total nachvollziehen. Eben. Gut. Kennen Sie Sympathien überhaupt? Es wurde neulich unserem Duden hinzugefügt, aber es gibt scharfe Diskussionen. Das kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Wir reden ein anderer Meinung. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ihnen. Ich hoffe, die Palantir-Kosten gehen auf mich. Vielen Dank. Großer Zauberer. Hallo, äh. Äh, ja. Verzeihen Sie das, wie Sie schauen. Ja, natürlich. Wir haben uns das... Der Ring. Der Ring? Ach so. Der ist beim weißen Helgen, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe. Ach so. Kurzes Beratungsgespräch. Ja. Alle haben sich mal kennengelernt. Ähm, ja genau. Jetzt, genau, ähm, fängt ja erst mein Zug so richtig an. Allerdings bitte ich kurz zu entschuldigen, mein Sprachrohr hat sich mal wieder in meinen engelsgleichen Haaren zu verstanden. Das sind diese Palantire, diese elendigen Dinger, das kenne ich. Tut mir leid für den Lärm, aber ich muss hier kurz was Blondes managen. So. Okay. Ich will auch ein Getränk. Okay. Ja, das will ich auch gerne managen. Aber jetzt manage ich erst mal meine kleinen Einheiten, meine Elbenfreunde, die jetzt hier im Bataillon Dinge tun werden. Und ich habe alles platziert. Ich glaube, ich habe keine weitere mehr zu platzieren. Das heißt, ich kann jetzt direkt mit eventuellen kriegerischen Handlungen ins Felde gehen und werde das auch, äh, tun. Gerne einen Schluck Wasser, vielen Dank. Ich würde da oben mal die Ost-Anmar-Ländereien angreifen. Ja. Mit, ach so, mit, ähm, tatsächlich allen außer natürlich dem einen hier. Also sind das elf. Pff, okay. Ich habe auch schon geschlacht. Ich, ich muss, tut mir leid, ich muss aufstehen. Drei, drei. Äh, sechs, fünf. Also, zwei weg, genau. Vier, zwei. Oh, äh, vier, drei. Also, eine von beiden, ne? Ich kann, sorry, ich kann das auch machen, natürlich. Hier ein bisschen Elfrecht zeigen. Fünf, vier. Äh, drei, vier. Äh, ne, Entschuldigung, drei, vierer. Drei, vierer. Ich habe es völlig kompliziert ausgedrückt. Du wolltest fünf, vier gehabt? Okay. Ne, er für der zwei. Er für der zwei. Also, einer ist hier noch im Sinne. Ja. Kannst du mir mal hier rübergehen? Genau, genau. Oh. Fünf, vier. Oh, ja. Drei. Wieder zwei. Scheiße, gut, dass ich so viele Einheiten kriege. Das heißt, ja, da müssen wir uns einen wegdenken. Das ist jetzt alles. Ja, okay. Ich habe halt diese, ja, ja, das gibt nicht mehr so viel Kleine bei mir. Die haben Elfen. Drei, zwei. Sechs. Dann haben es zwei von mir. Ja. Okay. Also, wir kämpfen gerade noch sechs gegen eins. Drei. Das war's. Alles klar. Ost, Angraben. Sehr gut. So, äh, ehrenwerter Kampf. So, Schrein der Adler. Hier stimmt was nicht. Ich glaube, das sind, ich glaube, wir brauchen noch, hast du noch einen kleinen? Nee. Äh, aber ich kann ja mal jemanden austauschen. Ja, tauscht es uns. Er gibt mir mal so einen Reiter, dann tausche ich doch hier oben einfach mal einen Reiter gegen drei Einzelcollagen. Ja. So. Und da kommt nämlich noch, kommen noch zwei zu, ne? Ähm. Oder einer? Einer nur. Einer, ja. Einer kommt noch zu. Okay. Okay. So. Da. Gebietskarte. Ja, vielen Dank. Okay. Weiter geht's. Es geht hier gerade um Andor, ne? Andor. Ist der Bereich braun? Mhm. Anor. Anor. Mhm. Und das sind auch sieben. Mhm. Sag mal, warum ist das denn sieben? Ja, weil du auch von super vielen Seiten wieder reinkommst. Alter. Ja, das ist das Problem. Es ist schon auch sehr weitläufig und groß einfach. Krass. Der kann jetzt nicht zwei Siebener haben. Sehe ich ein. Ich kann gerade sehr wenig dagegen tun. Ich könnte, wenn ich wollte. Allerdings. Wieso ist dieses Land hier leer? Oh, das ist. Ich glaube, der ist einfach etwas wandern gegangen. Die verrutschten. Da geht auch noch irgendwie einer, glaube ich. Stimmt. Das verrutscht hier alles hier oben irgendwie so ein bisschen. Ich nehme den mal rüber. Ja, mach das erst mal. Kann natürlich auch immer sein, dass ich selber einen Fehler gemacht habe, indem ich irgendwie alle bei diesem... Aber nee, da habe ich nie rumgekämpft. Nein, nein. Ja, eigentlich nicht. Mach's gut. Komisch. Naja. Weiter geht's. Weiter Spitzel. Ich bin, ja, ja, das gibt mir kurz einen strategischen Denkmoment. Und hier ist der strategische Denkmoment. Das macht den viel einfacher. Okay, ich habe nachgedacht. Das war der strategische Denkmoment. Präsentiert von Chibo. So, ähm... Nee. Oh, Bauer und Walle. Den mag ich nicht. Im Zeichen des guten Willens. Das klingt komisch, aber greife ich jetzt hier mal ganz kurz doch nichts an. Und wende meinen Zug, indem ich meinen Helden... Nicht mal Wetterspitze, willst du? Da musst du noch einen mitziehen. Ja, mach ich auch. Meinen Helden zusammen mit einem Bogenschützen hier rüberziehen. Willst du keine Wetterspitze angreifen? Ähm... Tatsächlich nicht, nehm. Okay. So, dann darfst du jetzt eine Karte ziehen. Ja. Das tue ich. Und wenn es keine sofort ausspielen ist, musst du dich entscheiden, ob du dann eine abwirfst oder die wieder abwirfst. Okay, aber wenn du sofort ausspielen hast, muss ich dann jetzt ausspielen und nicht Anfang des Nächsten. Nee, das muss, das steht dann, wenn du sofort ausspielen steht, musst du sofort ausspielen. Okay. Das hatte ich eben nicht ganz klar gesagt, das ist völlig richtig, aber so gemeint. Mhm. Ja gut, dann lese ich einfach mal vor. Sofort ausspielen bis zum Beginn. Deines nächsten Zuges verlieren alle Seeflotten drei Bataillone, bevor sie mit der Invasion beginnen. Okay. Gut. Alles, war das dein Zug? Äh, also das ist erstmal diese Karte, die... Und du ziehst eine neue? Nein, die wirfst du dann jetzt ab. Also, oder wir kannst die mal mal noch da liegen lassen, dass wir uns in Zweifel zwar dran erinnern können, aber eigentlich ist die jetzt gespielt. Ja. Du hast da noch vier auf der Hand, das bleiben ja deine bestehenden Karten. Und alles gut. Nee, das ist ja schon... Aber ihr habt die verstanden, oder was? Weil es... Wenn ich mit sieben über den Seeweg angreife, kommen nur vier an. Ja. Ah, okay, weil ich wollte gerade argumentieren, es stehen ja gar keine auf dem Seeweg rum. Nee, das ist ja eine Angriffe... Es geht nur darum, okay, aber dann macht das doch jetzt keiner. Das ist die Idee wahrscheinlich, ja. Okay, ja. Ja, gut, finde ich eine gute Karte, aber gut. Das ist eine mächtige Karte auf jeden Fall. Naja, aber die kannst du ja nicht gezielt ausspielen. Nee, das stimmt. Deswegen ist es ja einfach nur ein Random Encounter irgendwie. Ja, 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 ja. So, ich habe jetzt die beiden verzogen. Gut, dass du das sagst. Ja, genau, weil ich kriege nämlich doch eine Karte, das... Ja, das... Da klingelte plötzlich dann doch was bei mir. Och, come on, sofort ausspielen. Reiter. Ziehe drei Gebietskarten vom Stapel. Die Hälfte der Bataillone in jedem dieser Gebiete werden zerstört. Runde die Verluste nach unten ab. Zum Beispiel fünf Bataillone gleich zwei Bataillone werden zerstört. Okay, aber das ist ja eine Karte, die jetzt nur auf dich zutrifft, ne? Schließe ich daraus, ja. Ja, dann haben wir es jetzt. Haben wir es. War das erste Bezugsjahr generell auf alle. Mhm. Moment, das ist jetzt sozusagen eine Niede. Du verlierst jetzt Einheiten. Nee, Moment, jeder ja. Ja, also wenn ich jetzt das Gebiet, wo Anton drinsitzt zum Beispiel, ziehen würde, dann verliert er drei Einheiten. Kannst du es nochmal vorlesen? Ja, also so habe ich es verstanden. Ziehe drei Gebietskarten vom Stapel. Die Hälfte der Bataillone in jedem dieser Gebiete werden zerstört. Okay, okay. Runde die Verluste nach unten ab, bla bla bla. Gut. Also in jedem dieser Gebiete. So habe ich das jetzt verstanden. Dann zieht's. Das ist einfach auch random. Wir werden jetzt einfach alle ein bisschen... Sonst wird das Leben hier gerettet. Dann ist doch ja wieder eine allgemeine Karte. Irgendwie doch, ja, ja, ja. Dann musst du gleich doch nochmal eine ziehen. Aber jetzt mal ziehst du Gebietskarten. Drei. Ja. Ich ziehe mich mal alle direkt. Ja, ja, das ist lieb. Zwei. Drei. So. Und verlieren wird Lorien. Hey, Lorien. Wo seid ihr? Loriener kommt raus. Lorien müsste eigentlich unten beim Nebelgebirge irgendwo sein. Das bin ich. Yay. Oh, super. Okay, was haben wir denn da? Also zwei. Ne, nach unten. Ja, nach unten. Genau. Weg. Okay, als nächstes. Wer hat noch nicht, wer will noch mal nördlicher Düsterweil. Yay. Geht nicht. Oder bin ich? Na doch, geht. Ja. Drei ist schön. Neun, also vier. Das ist ja eine Pech-Situation, muss man ja schon sagen. Aber warte, ich brauche ja die kleinen, nehme ich die auch an. Die kleinen. Guck mal. Habe ich wieder kein Geld im System. Das kommt mir dann eigentlich doch ganz gelegt. Und wer ist als Letzter dran? Komm, jetzt fern ist einfach. Evendimberge. Hey. Hey. Hier. Wo sind sie? Ja, guck mal. Okay. Dann hat er jeder einmal verloren. Zwei raus. Gut, wir wurden die dann am wenigsten verloren, aber trotzdem muss man sagen, jeder hat verloren. Faire Karte. Aber die und die Gebietskarten gebe ich dir zurück wahrscheinlich, weil ich nehme mal an, hier drei Gebietskarten vom Stapel, wäre halt mega geil, wenn ich die behalten dürfte. Das definiert diese Karte halt nicht. Achso, Moment, man muss ja für sich einstehen. Also ich argumentiere, ich darf die natürlich behalten, die Gebietskarten. Nein, auf gar keinen Fall. Und ihr beide haltet dagegen. Nee, das sind nur die Möglichkeiten, um auszuwählen. Ja, ich glaube auch. Dafür darfst du aber hiervon gleich noch eine weitere Karte ziehen. Okay. Weil du ja wieder alles auf die Allgemeinheit zugängst. Ja, ja, eben. So, ich gebe dir mal, das sind ja zwei verschiedene. Das ist ja einfach alles so herrlich. Das ist so eine Zieherei hier. Nehme ich mal die jetzt, wir hier sofort ausspielen. Ach Gott. Okay. Gut. Gut. Das war dein Zug. Ich tausche sie sofort aus, weil das ist wieder so eine Karte, die wir nicht verstehen. Ich kann nicht mehr. Es ist ein krasser Sonderfall. Aber sofort ausspielen. Sorry, es nimmt kein Ende mit den Karten hier heute. Uh, uh. So, platziere einen zweiten Heerführer in einem Gebiet, das du kontrollierst. Wenn du bereits zwei Heerführer im Spiel hast, kannst du diese Karte ablegen. Ablegen bedeutet, habe ich dann für später. Nein, weglegen. Weglegen. Dann musst du ja nicht weglegen. Also, tue ich hier auf den Ablegestapel. Dann nehme ich mal noch eine, ne? Ne, ich würde sagen, das ist dann jetzt wirklich eine Niete gewesen. Achso, nur weil die für mich... Ja, die war jetzt für dich. Die war eine Niete. Das tut mir wahnsinnig leid. Ne, alles gut. Ich will nie wieder so ein Machtgebäude betreten. Noch einmal, hoffentlich letztes Mal für mich. Ja. Wenn du mit einem Heerführer einen Ort der Macht betrittst, kriegst du eine Karte. Ja. Auch wenn das schon davor dein Gebiet war. Ja. Also, kannst du immer und immer wieder am selben Ort der Macht dir eine Karte abholen? Kannst du machen, ja. Du musst halt immer dann einmal einen Boy bewegen, der in ein anderes Feld geht, um deinen Heerführer mitzuschleppen und dann wieder zurückgehen in der Runde drauf. Aber die Eroberungskarte geht nur, wenn man es erobert und der Heerführer den Bereich mit der Festung betritt. Nicht, wenn es schon dir gehört. Ab dem Moment ist der Heerführer, bei der Eroberung ist er nicht mehr relevant. Erobern kannst du auch ohne den Heerführer das entsprechende Gebiet. Dann zählt es trotzdem, als dass du die... Ah, die Festungsaufgaben haben nichts mit dem Heerführer zu tun. Das sind, wie gesagt, Orte der Macht sind die dunklen und diese goldenen sind Festungen. Und die Festungen sind sowieso noch mal was anderes. Haben nichts mit dem Heerführer zu tun. Genau, die haben nichts mit dem Heerführer zu tun. Die Festungen geben sowieso zwei zusätzliche Siegpunkte und diesen Bonus, diesen Plus-Eins-Bonus und die Orte der Macht, das ist der Platz, wo du die Karten ziehen kannst. Und diese Karten haben je nachdem eben die Möglichkeit, die Siegpunkte zusätzlich einzubringen, durch Aufträge und so weiter. Also, Entschuldigung, also Wetterspitze zum Beispiel. Was ist das jetzt, eine Festung oder ein Ort der Macht? Das ist ein Ort der Macht. Das zum Beispiel, Bruchtal, ist eine Festung. Gold. Okay, gut. Tor von Moria. Ort der Macht. Festung ist wiederum da oben die Mielen von Moria. Wir Elben sagen ja, dass Bruchtal im Prinzip aber auch ein Ort der Macht ist. Gut. Dein Zug ist beendet, das war fantastisch. Ja. Yay! Okay, Aufred-Runde vier von Florian. So ein langwieriges Spiel, aber ich liebe es. Wir müssen uns mal ein Wochenende da finden. Ja! Muss da Moria den Männer am 7. und 8. machen wir nicht die Mäle der Ringe Risiko. Ja. Was hat er vor? Was ist das jetzt? Hm. Was ist das jetzt? Also. Entschuldigung. Aber deswegen haben wir Orks diesen Militärschnitt und nicht das wallende goldene Haar. Kann ich dir helfen, Mann? Eins, zwei, drei, vier, fünf, vier. Die Gegensätze könnten gerade nicht krasser sein. Da wird durchgerechnet und da wird mit dem eigenen Haarstoff gekämpft. Freie. Ehrlich. Ja, das wisst ihr halt nicht. Lange Haare sind ganz schön anstrengend. Zu pflegen, damit tagtäglich umzugehen, einzukaufen. Deswegen haben die in Ringe der Macht wahrscheinlich auch diese etwas mikrofonfreundlicheren Schnitte. Exakt. Ja, die haben sich das schön zurückgeflechtet. Da waren die eben noch schlau. Ja, die sind dümmer geworden über die Jahrhunderte. Okay. Boah, das ist jetzt richtig dumm. Sind sie ja eigentlich wirklich, wenn man das so... Ja, es stimmt. Lohentin, ich bin gespannt. Ja, ich auch. Sorry, sorry, sorry. Großer Magen. Ja, so ein Zug muss wohl überlegt sein. Ihr hattet es ja eben auch bei mir gesehen. Man kann nicht direkt diese Entscheidung machen. Ich wollte damit auch gar nicht unbedingt ausdrücken, jetzt stress dich mal, sondern ich bin einfach wirklich gespannt. Ja, ich auch. Ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, es wird etwas Großes passieren. Ein Pant, Alter. Wie wir Orks sagen. Ich habe eine letzte Frage. Es tut mir wirklich leid. Angenommen, ich habe jetzt eine Karte, wo ein Ort der Macht draufsteht. Ja. Dann heißt es, ich muss mit meinem Heerführer auf diesen Ort der Macht nicht erobern. Selbst wenn dieser Ort der Macht schon in meinem Besitz ist, muss ich nur nochmal drauf. Ich kann natürlich... Ich kenne den Inhalt deiner Karte jetzt natürlich nicht. Aber pass auf, ich habe glaube ich auch... Ich habe vielleicht eine Karte, die ähnlich in die Richtung geht. Und ich habe mir das jetzt so zusammengebaut, ich kann die ausspielen in dem Moment, wo ich das Gebiet erobere. Wenn du die jetzt schon hast, kannst du da wieder nichts machen. Der Heerführer hat damit nichts zu tun. Und gibt es für mich eine Möglichkeit, diese Karte abzulegen? Weil ich kann das ja nie erfüllen, wenn dieses Gebiet mir schon gehört. Ich habe meine Auftragskarte übrigens weggelegt. Das war sehr schlau. Weil vorhin war es ja so, ich kam auf die Festung und konnte dann die Karte zumindest abwerfen. Genau, das ist auch deine einzige weitere Möglichkeit, deine Aufträge zu tauschen. Indem du jetzt auf einen Ort der Macht wiederkommst, da eine neue Karte bekommst. Ah, das hat aber dann gar nichts mit der Auftragskarte zu tun, sondern ich kann generell, wenn ich auf einen Ort der Macht komme, meine Karte ablegen. Ja, beziehungsweise du kriegst halt eine neue Karte und du hast ja gerade vier Karten, dann kannst du tauschen. Das war jetzt leider ein sehr ungünstiger Sonderfall, der mich nachhaltig verwirrt hat, weil ich genau auf die den Bereich kam, wo ich die Karte hatte und ich dann die ablegen durfte. Und ich dachte, ah, man muss immer auf die kommen. Aber das war einfach ein Missverständnis, das war einfach unglücklich. Aber gut, okay. Zurück zu dieser Geschichte. Okay. Wir werden bestimmt noch drei weitere Fälle heute Abend dazukriegen, aber das macht nichts. Ja, 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 das ist doch alles in Ordnung. Das ist doch alles in Ordnung. Das ist doch alles okay, ja. Es ist schwierig, schwierige Entscheidungen. So schwierige Entscheidungen hatte ich noch nie. Ganz furchtbar. Mich wie Gimli, der Zwerg, ich bin ja die ganze Zeit nur am Knuspern. Das tut mir wahnsinnig leid. Habt ihr am Anfang auch noch mehr? Müsst mich auch stärken für diese Kämpfe. Dringen raus, ich glaube Erfolg. Okay. Worauf warten wir noch? Ich setze alle zehn hier hin und greife an mit 13. auf dieses unlesbare Teil hier. Die Ebene von Udun dürfte das sein. Was hab ich da? Let's go! 6, 4. 5, 4. Eins von jedem. Gut. 5, 2. 1, 1. 2 von mir, genau. 5, 4. 6, 2. Also wieder 1 von jedem. Gefallene Feinde. Gefallene Freunde. 5, 4. 4, 2. 2 von mir. Das heißt, der Letzte, der die Ebenen von Udun verteidigen sucht. 3. 2. Ui, das tut mir leid. Äh, Würfelglück, ähm, aber das hatte ich noch nie, fairerweise. Immerhin konnte ich, ich konnte mich noch nie drauf verlassen, das ist dann nur fair. Okay. Dankeschön. Jetzt muss einer... Zurück damit ist Mordor in den Besitz des Zauberers gefallen. Tja, doof. Das finde ich auch nicht so gut. Also, hier ist ja ein Ort der Macht, ne? Ja. Da bin ich vorhin hin, aber das habe ich vergessen. Okay. Haben wir da keine Karte gezogen. Kein Problem, ist kein Problem. Dann sollten wir das aber noch nachholen. Weil gerade wenn du mit deinen Karten struggelst... Da war ich unaufmerksam. Entschuldigung. Ne, das... Ja. Können wir machen. Die austauschen. Das ist sehr nett von dir. Dankeschön. Ne, gut, dass du mich noch darauf hingewiesen hast. Lies einmal durch, ob die auch funktioniert. Ja, das ist diese ganz unangenehme Art von Karte. Überdenke dein Leben. Ja, genau. Ich verstehe es vor allem auch noch nicht genau. Diese Gebiete sind das Allerschwierigste daran zu verstehen, was was ist. Ähm... Ich glaube, ich belasse es dabei. Die zwei, wenn ich die... Ne, ich belasse tatsächlich alles dabei. Okay. Ja, wir hätten schon auch noch von uns ausgeklebt. Ja, ist ja okay. Ist ja okay. Die Energie muss ja auch einfach da sein. Okay. Donnerwetter. Hm. Ach nein, ich bin dumm. Es tut mir leid. Jetzt kriegt er sein Zeug für Mordor, ne? Äh, oder? Du kriegst dein Zeug für Mordor. Du. Du kriegst dein Zeug für... Für Gondor. Für Rovanion. Rovanion krieg ich jetzt, ja. Ich krieg jetzt Rovanion. Ja, das war dumm. Fuck, ich wusste doch, dass ich das vergessen habe. Aber ich glaube, ich... Was habe ich gerade an? Scheiße. Drei, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf... Ich glaube, es sind nicht 15. Es dürften eigentlich rechnerisch never ever 15 sein. Ähm, ich glaube, es sind nur drei Truppen. Ne, vier Truppen. Ja, das könnte schlechter sein, ja. Also vier. Wir nehmen auch mal ein paar Einheiten. Und dann nochmal Kontinent-Bonus fünf. Hm, ja. So, was ich jetzt mal gerne machen wollen würde... Hm, da ist eine... Vielleicht möchte ich was ausspielen. Das ist mir ein bisschen... Naja, Moment, ich bin ja hier zweigleisig. Ja, gut. Ich bin ja hier zweigleisig. Das ist der Diplomat. Moment, ich bin hier zweigleisig, ne? Ich bin auf jeden Fall mit dem Verrat offen. Nein, ich habe keinen Vertragsbruch begangen. Also, da habe ich schon sehr drauf geachtet. Soweit ich das beurteilen kann, stimmt das. Ja, ich habe noch nicht mal von diesem Vertrag erzählt, also was der Inhalt war. Nur, dass es einen gibt. Schwer zu durchschauen, was dieser Vertrag war. Ja, Wahnsinn, ne? Das traue ich dem Gegner nicht zu. Ich flüchte mich aber jetzt in Snacks. Krieg ist nicht für mich. Hau rein, hau rein. Ähm... So, ich hoffe, das mache ich richtig. Ich habe hier eine Karte, die heißt, du kannst nicht vorbei. Sie beinhaltet, dass ich eine Brücke bis zum Beginn meines nächsten Spielzuges blockieren kann. Cool, okay. Geil. Das möchte ich gerne machen. Wow. Ich möchte gerne diese Brücke dort blockieren, die das Land Rohan mit dem Land Rohan verbindet. Mhm. Denn, ähm, diese Brücke ist eigentlich völlig in Ordnung. Aber hauptsächlich mache ich das wegen des Siegpunktes, den ich hier unten auf der Karte entdeckt zu haben glaube. Ich würde dich nur informieren. Den ich mir damit gutschreibe. Nur informieren, das ist nicht der einzige Weg von dort. Das ist mir absolut klar. Okay, aber manchmal sieht man das nicht richtig. Nee, deswegen sollte ich, das hat weniger taktisch als, äh, katsching. Ja, ja, klar, klar. So. Okay, geil. Dann setzen wir jetzt mal Truppen. Näch? Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was, äh, ja, was du so machst und wie dein Zug angriffsstrategisch aussehen wird. Ja. Das ist richtig. Sind wir alle gespannt. Es hat übrigens auch noch keiner irgendwelche Gebietskarten eingetauscht. Nein, nein, nein. Nicht mitbekommen. Alle hoffen. Keiner möchte die zuerst eintauschen, wenn man dann nur diese geringe Menge bekommt. Ja, ich bin, ich bin, 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 bin ein bisschen unzufrieden an manchen Stellen, ja. Ähm. Ich nehme hier schon mal eine Truppe hin. Und dann machen wir, man, alter, hier mache ich schon mal zwei hin. Ja, das tausche ich mal aus. Ist leichter für die Visualisierung. Also, da sind wir auch um zwei verstärkt. Dann haben wir hier auf der Hand noch vier. Und mit diesen vier. Wie sieht es eigentlich mit der Zeit aus? Das sieht bestimmt sehr gut aus. Es ist 21.15 Uhr. Nein, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es 21.15 Uhr ist. Ich will es jetzt tatsächlich auch wissen, weil man muss ja auch ein bisschen vorausplanen. Oh, wir haben schon halb elf. Oh, das bedeutet, dass gleich die 30 Minuten anfangen werden. Die letzten 30 Minuten. Aber dann kein Zeitspiel, ne? Das ist unheimlich. Nee, das ist doof. Nee, ich will nur gucken, wann kann ich welche Mission überhaupt noch schaffen und so. Dafür war die Zeitauffrage tatsächlich sehr gut. Ich hätte gedacht, wir haben noch so anderthalb Stunden. Also, verfliegt dann doch. Mhm. So. Ich möchte bitte attackieren mit diesen sechs äh, mit diesen neun. Hoppla. Das habe ich gedacht, wir unerwartet stark. Ja, nee. Okay, mit diesen neun gehen wir über die Brücke nach oben in das Land von Südruhen. Ja, das hätte ich auch gemacht. Ach man, ich dachte, das das war nicht ganz, wie ich es mir gedacht habe. Äh, gut. Zwei. Fünf, fünf, fünf. Okay. Dann ziehe ich eine Gebietskarte und nehme Südruhen ein. Continent win. Mhm, Continent win. Mhm. So. Und jetzt mache ich nämlich das was Reudiges, wenn man das so nennen will. Ihr macht doch nichts Reudiges, bitte. Ja, okay. Bleibt am Boden. Jetzt werde ich nämlich mit fast, also mit, mit, äh, das sind jetzt ja noch, gerade sind es ja noch neun. Mhm. Die teile ich jetzt auf ähm, in kleine, kleine Häufchen. Mhm. Und dann lassen wir nämlich vier dort zurück. Und mit den restlichen Fünfen gehe ich wieder zurück in die dunklen Lande. Mhm. Mit meinem Heerführer an der Seite. Mhm. Hier ist ein Ort der Macht. Uh. Wenn ich mich nicht täusche, kriege ich jetzt ne schöne Karte. Ja, ja, so sollte das ja laufen. Na, wir haben ja eben ausgiebig besprochen. Mhm. Das Hin- und Hergeziehe bringt da durchaus etwas. Magst du einmal fächern für mich? Ach ja, das kann ich jetzt mal übernehmen tatsächlich. Dankeschön. Das ziehen Sie. Jawohl. Ich ziehe diese Karte. Mhm. Mhm. Gut. Damit müsste mein Zug beendet sein. Ich hab ja auch schon zur Show. Mega. Mega Zug. Schöner Zug. Ach scheiße, wie ist Klang. Ich hab jetzt fast wieder meine Haare verloren. Gut. Toll. Die letzte halbe Stunde angebrochen. Oh. Jetzt kommt ein Ultra-Mega-Zug sag ich euch. Geil. Angefangen mit ähm ne. Ich muss erst mal meine Einheit. Brauchst du einen Denkmoment? Nee, den hab ich tatsächlich schon jetzt zwischenzeitlich erledigt. Ähm, ich brauch allerdings nochmal ein bisschen Rechenhilfe, weil ich bleibe doch bei den gleichen Einheiten. Sehen wir das alle richtig? Ich habe kein Land verloren, kein Land hinzugewonnen. Das heißt, ähm, wir hatten eben 14, 7 plus 7, bam. Cool. Du hast nichts hinzugewonnen? Okay, ich dachte, nee. Ja, aber selbst dann, ich müsste ja 27 erreichen. 24. Achso, und ich hatte 23. Du hattest 22. Nee, 22. Aber ich hab nicht zwei Länder irgendwo eingenommen. Ich will das jetzt nicht neu erzählen. Ich auch nicht. Ich verzichte im Zweifel auf die eine Einheit, bevor ich jetzt hier ewig zähle. Wir haben nur noch eine halbe Stunde. Deswegen, ähm, ein Adler waren fünf und deswegen platziere ich jetzt erst mal zwei Adler auf. äh, also einer kommt, äh, also einer kommt tatsächlich hier hin und der andere Adler-Kollege, der kommt hier hin. Und dann habe ich noch vier, diese kleinen Vierer, die möchten gerne eine Radar-Uhr. Die richtig Punkt drauf. Hm. So. Bis jetzt war der Zug sehr gut. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt noch getoppt werden soll. Mhm. Ähm, jetzt geht leider ein Kampf los zur Trauer des elbischen Volkes, aber es muss sein. Und wir haben uns den guten Grima Schlangenzunge angelacht. Nein! Der hat uns ein bisschen das Ohr abgetaunt. Mit dem bin ich zufrieden gegangen. Ja. Weirder Typ, aber er hat uns blau vom Himmel versprochen. Und zwar sagt er, dass ich ihn auch mitnehmen muss, bevor ich ein Gebiet angreife. Und dann, nimm bist du zwei feindliche Bataillone aus dem Gebiet, das du angreifst und füge diese deiner Armee hin. Oh! Wow! Aber geil, okay. Nicht schlecht. Bist du zwei, falls man... Doch, nur einen. Ja, falls man doch... Wir haben nicht mehr Platz. Wir haben nicht mehr Platz. Zügen. Nee, ich glaube, das ist halt gemeint, wenn da nur einer steht, dann hat man direkt gewonnen, so verstehe ich das. Die gibt mir natürlich auch einen Siegpunkt und deswegen, du hast es so gemacht, du offen liegen lassen damit das später zählen kann. Einen Siegpunkt auch noch gewonnen. Schlangenzunge, bester Typ und ich greife den Enet Weiß Gebiet Kern hier an. Heißt, du kriegst zwei? Genau, ich krieg zwei. Weil deine Rutsi jetzt einfach von vier auf zwei und du kriegst zwei bei dir dazu. Genau. Superschlau. Die stelle ich jetzt dazu. Zwei. Keine Kasper hier hingestellt. So. Und jetzt war das super dämlich, weil da ein Fluss ohne Brücke ist. Was? Und dabei hat sich mein Haar in der Kamera und dem Mikrofon verarmert. Könnte dieser Zug eine traurigere Dramaturgie haben. In dem anliegenden Land, falls es dich tröstet, da ist. Da ist auch mega viel und die greifen jetzt auch an, aber dann muss ich kurz diese zwei, weil sonst wäre es ja unfair, hier rüber stellen. Ja, von mir aus. Ja. Mit wie viel greifst du an? Ich greife mit, das sind nur zwei, ich greife mit fünf an. Gut. Ja. Okay. Ja. Sechs, zwei. Ich habe nur die Würfel nicht gegräbt. So. Äh, vier. Ich habe sechs, zwei. Du hattest? Äh, vier. Ja, dann hast du zwei von mir weg. Ja, genau, zwei von mir. Sechs, zwei. Sechs, zwei. Oder sechs, fünf. Eins, eins. Puh, 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 puh. Ioi, ioi. Eins. Sechs, drei. Gut. Okay, das war's. Glückwunsch. Vielen Dank. Gut gekämpft. So. Vielen Dank für diese herrliche Gebietskarte. Wenn noch. Ja. Lass sie dir schmecken. Danke, danke. So. Ähm. Nun ist mein Zug allerdings noch nicht beendet. Oh. Hätte das gedacht. Ja, genau. Denn, ähm, ich greife mit diesen Kollegen hier. Ja. Ähm, das sind fünf an ihrer Zahl Eridon an. Äh, Erygion. Erygion. Mh, mh, mh. Die Region bei Moria. Mh, mh. Los geht das. Mit, äh, vier davon. Mh, mh. Äh, drei. Vier. Also drei noch bei dir. Dann kann ich auch nur noch... Ah, nee, dann kann ich auch nur noch... Nee, dann kannst du nur noch ein dreien. Fünf. Fünf. Shit. Okay, jetzt mit zwei... Oh, das hab ich mir anders vorgestellt. Vier. Vier. Es gibt... Boah, was? Äh, ja, eins stimmt. Eins kann ich ja noch. One on one. Drei. Zwei. Ah, Arobat. Mit dem letzten Tuppes. Wuh, fuck. Das ist ja crazy. Dankeschön fürs, ähm, Eben vorbeischmeißen. Mit Wunsch. So, äh, ja. Und jetzt folgt folgendes. Nein. Denn, ähm, jetzt spiele ich ein weitere dieser Karten aus. Und zwar erhalte Verstärkung in Erigon, heißt die Karte. Und die verstehe ich einfach so, dass ich da jemanden hinverstärke. Ist eine lächerliche Verstärkung, sind wir ehrlich. Das war ein Elb mit einem Bogen. Aber, ähm, die gibt mir zwei Siegpunkte. Oh, nee, warte mal. Bedeutet das, dass da zwei Bakalione drinstehen müssen? Das bedeutet die Karte? Dachte ich jetzt. Das, ich dachte, diese hätte ich mal verstanden. Aber vielleicht... Ich dachte, das heißt, man muss das erreichen mit einem, mit einem... Ach, scheiße. Naja, nein, das hab ich ja die ganze Zeit noch mal versucht klarzustellen. Also, das Erobern steht dann da drauf. Erobern würde dann da draufstehen, aber war jetzt ja nicht so. Also hier... Du hast es doch, du hast es richtig gemacht. Ja, mein ich ja. Du hast es Erobern. Genau, mein ich ja. Aber die zwei Bataillonen, heißen die, dass die drinstehen müssen? Oder dass ich die bekomme? Ich befürchte, das heißt leider, dass die da drinstehen müssen. Ja, gut, dann heben wir uns diese Karte noch auf. Ist natürlich jetzt doof, dass ihr wisst, was ich da vorhaben. Sorry, können wir diese Karte einfach nochmal ganz in Ruhe durchgehen, was die ganzen Zahlen bedeuten? Ja. Ich hab die jetzt, glaube ich, dreimal falsch verstanden. Soll ich die mal hier in mein Würfelbecken legen? So, jetzt gucken wir uns das mal ganz in Ruhe an. Die müsste ja genauso eigentlich geschafft werden. Hier steht einmal ein Ort der Macht drauf. In diesem Fall dein... Oder was steht da drauf? Ich halt sie mal schön hier rein. So, da steht jetzt Tore von Moria. Ein Ort der Macht. Ein Ort der Macht, ja. Was muss passieren, damit diese Karte überhaupt greift? Damit da was passiert? Das ist halt die Frage, die da nicht näher drauf geklärt ist. Ich dachte auch erst, ich müsste da schon sein und dann am Anfang eines Zuges vielleicht zwei verstärken. Da das aber ja nicht geht, wenn man es nicht hat, könnte das entweder bedeuten, ja, da kann man es auch nicht machen, da muss man es erst einnehmen. In diesem Zug jetzt und in meinem nächsten dürfte ich sie vielleicht verstärken. Aber was steht unter dem Tor? Da steht doch, erhalte Verstärkung in Eregion. Eregion, ja. Das ist doch das Ganze... Nee, das ist das Gebiet. Das ist das Gebiet. Nur das Gebiet, wo Moria drin ist. Ja. Genau. Du musst das... Also, man sieht ja auch noch mal diese Symbole, ne, von dem Heerführer der Bösen und von dem Heerführer der Guten. Okay. Und das ist tendenziell durch die Mienen von Moria ja auch wieder ein böse, eher gehaltenes Gebiet, ist ein verwildertes Land. Du müsstest jetzt als böse Armee, wenn ich das da richtig sehe, vier Bataillone da reinstellen, dann kriegst du den einen Siegpunkt. Wenn du jetzt wiederum als Guter zwei Bataillone da reinstellst, kriegst du zwei Siegpunkte. Nach Eroberung. Also, wenn du das einfach hast, ist es nicht das Gleiche. Aber was heißt dann was heißt dann das unter dem blauen Bild, der Text? Dieses Verstärke deine... Erhalte Verstärkung in Eregion. Genau. Was bedeutet das? Naja, also ich dachte, das, was ich getan habe. Oder, zweite Theorie, in meinem nächsten Zug, wenn ich meine Einheiten verteilen darf, dieses Land verstärken. Also, weitere Einheiten reinballern. Weil, ich bin jetzt offen, ich hab eine Karte, die so ähnlich ist, da steht aber nicht Eregion, sondern das ganze Gebiet. Oh, das ist... Sondern dieser ganze... Ich kann's leider nicht lesen. Ah, ich glaub, ich weiß, ja, die ganzen Karten, das waren die, die ich weggelegt habe. Was bedeutet das? Ja, das hab ich... Ich glaube nämlich, dass wenn du die, das Ding eroberst oder aktivierst, dass du dann Verstärkung kriegst und wo steht drauf? Entweder nur in diesem Land oder im ganzen Kontinent oder irgendwo. Weil sonst würde das ja keinen Sinn ergeben. Ihr habt... Es sind viele richtige Versionen am Tisch, die wir einmal zusammen waren. Gut, da war viel Gutes dabei. Eroberung haben wir. Check. Moment mal, stopp, stopp, stopp. Weil es ist ein Ort der Macht, wo es nicht um Eroberung ging, als du es vorhin erklärt hast. Nein. Sondern... Nein. Also du musst... Da steht der Ort... Ja, hier steht... Da steht drauf... Wir sehen's hier nochmal, die Tore von Moria Eregion. So. Du musst dir erstmal Eregion einnehmen. Dann hältst du den Ort der Macht. So. In dem Moment, wo du Eregion einnimmst und hältst, kriegst du die Verstärkung. Wurde mir gerade nochmal bestätigt. Als gute Partei kriegst du jetzt zwei Bataillone Verstärkung und am Ende des Spiels auch die zwei Siegpunkte. Aber du brauchst hier nicht den Heerführer für. Okay, ich kriege tatsächlich zwei Bataillone. Du kriegst zwei Bataillone. Du musst dich damit halten. Okay, danke für die Aufklärung erstmal. Ist ja toll. Und das ist ja für mich schon mal eine kleine Win-Karte hier. Aber Florentin, diese Karten, die du hast, wo man so einen ganzen Kontinent da irgendwie wieder steht, tu das irgendwo überall rein. Da dachte ich halt, das kann ja nicht sein, das ist ja nicht schaffbar. Wie will das vor allem jemand nachvollziehen? Dass man über verschiedene Züge da Einheiten hinzugibt und dann sagst du irgendwann, ich hab's geschafft, hab die nicht gesehen, aber die letzten neun Züge hab ich überall kleine Einheiten reingestellt. Nee, ich dachte, das legt nur fest, wo du deine Verstärkung kriegst. Bei deiner Karte ist es limitiert auf das Land, Eregion. Ja. Und bei einer anderen Karte wär's nicht begrenzt auf das Land, sondern du kannst irgendwo, wo du im Kontinent möchtest, die Verstärkung hinsetzen. Ja, okay. Ich dachte, das spezifiziert, wo die Verstärkung hinkommt. Ah, mhm. Ja, aber das war die einzige Aufgabe auch meiner Karte. Dann haben wir vielleicht doch unterschiedliche, weil bei mir stand nur, also nichts anderes wäre die Aufgabe gewesen, sozusagen. Das ist die Frage, ob der Satz, der da steht, die Aufgabe oder die Belohnung ist. Das ist, glaube ich, das Kerngebnis. Ich glaube, es gibt beides leider. Es gibt, glaube ich, ja. Manchmal steht da, was du tun musst und manchmal steht da, was deine Belohnung ist, wenn du es erobert hast. Vielleicht klärt es dich, wenn du es willst. Okay, aber es ist wirklich, ähm, ein Hin und Her. Genau, mein Zug ist jetzt schon echt lang und ich wollte wirklich keine Zeit schinden, aber er geht leider noch weit. Ich habe ja angekündigt, das wird der Megazug des Jahrhunderts. Let's go. Der steht noch aus allerdings, ja. Nee, Moment, ich habe schon zwei Karten, also drei Siegpunkte. Mit einem Zug und boah. Hier, pass auf, und jetzt greife ich hier die östlichen Düster-Geschichten an. Hier drei Einheiten gegen... Ach so, ihr beide. Gegen... Raus. Mit drei? Äh, nee, nee, du hast vier und ich greife mit allen außer einem halt an. Also es müssten so neun sein. Neun, genau. Gut. Ja, korrekt. Das lasse ich mir nicht nochmal bieten, was da eben in Moria passiert ist. Fünf, vier. Vier. Also eins, eins, oder? Nee, du hast vier, äh, vier, vier. Ja, ja, also deswegen... Aber ich habe ja noch zwei. Ich bin gleich schlecht. Ja, nee, du, ich verliere zwei. Entschuldigung. Ich bin ja ganz schlecht drin. Anto, guckt da bitte auch mit drauf. Das Problem ist, ich sehe eure Würfel nicht. Du siehst das aber nicht. Du willst das immer ansagen. Fünf, drei. Also einer jeweils. Sechs, zwei. Vier, drei. Also jeder eins. Boah, alter, ey. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich dachte so mit der... Aber hier, ich glaube, hier entscheidet es sich gerade. Leichter Sieg. Fünf, fünf. Sechs, fünf. Wieder einen. Oh, da brauchen wir einmal vier. Danke dir fürs Managen des Krieges. Ich habe nur noch einen. Zwei. Sechs. Okay. Glückwunsch. Dankeschön. Äh, gut gekämpft. Das war jetzt... Wie sind die beiden? Ne, einer ist noch hier gewesen. Der andere, der war in dem Land. So, damit hast du jetzt erobert Grün. Äh, Grün ist der östliche Dunkelwald. Östlicher... Genau, er hat jetzt auch ein Kontinent. Das ist wieder ein Kontinent. Das ist ein ganzer Kontinent, der gibt vier in Wüsterwald. Wüsterwald gibt vier. Genau. Okay. Und wenn ihr dachtet, das war schon der Megazug, setze ich noch einen drauf. Nee. Denn jetzt spiele ich meine weitere Karte aus, und zwar heißt die... Bitte lass sie einfach eindeutig sein. Siehe eine extra Gebietskarte am Ende deines Zuges, bis du maximal fünf auf der Hand hast, und ich habe gerade diese maximalen fünf, also ziehe ich jetzt eine Gebietskarte noch hinzu. Okay. Moment, bis du fünf hast. Bis du maximal fünf auf der Hand hast. Aber dann hast du... Du hast ja schon fünf. Ja, maximal fünf auf der Hand. Also ziehst du keine. Dann ziehst du keine mehr. Dann verstehe ich die Karte auch nicht. Ziehe eine extra Gebietskarte am Ende deines Spielzugs, bis du maximal fünf auf der Hand hast. Das kannst du ausspielen, wenn du eins, zwei, drei oder vier Gebietskarten auf der Hand hast. Genau. Außer wenn du fünf hast, dann kannst du die Karte nicht ausspielen. Kannst du nur gerade jetzt nicht ausspielen. Das ist ja super. Ich habe das halt so verstanden. Sechs wäre ein Problem. Ja, das hast du auch richtig verstanden. Nee, aber noch habe ich ja fünf. Wenn ich sechs halte, kann ich sie nicht mehr spielen. So habe ich es verstanden. Ach so. Ich bin noch ein bisschen blöd. Aber kann ich jetzt nicht drei Gebietskarten eintauschen? Nein, machst du Anfang des Tages. Alles war zu gut. Ja, dann habt ihr die nie gesehen. Trotzdem war es ein Megazug. Ja, schreibt es in den Tipp. War das wirklich der beste Zugrisiko, den ihr je gesehen habt? Oder nicht? Schlappe 14 Minuten. Na, genau. Daher auch noch ein bisschen Regelwürfel. Ja, ja, safe. So, Freunde. Schön war es. Ich bewerbe mich auch mit dem besten Zug aller Zeiten. Ich möchte einlösen, das erste Mal die Gebietskarten. Oh, okay. Und zwar als Straße. Spektakulär. Kriege ich zehn. Das ist korrekt. Dankeschön. Kriege ich zehn. Plus, ich habe ja jetzt Mordor, Harad und... Eriador. Mhm. Das sind weitere sieben. Plus die normalen, die ich kriege, sind fünf. So. So. Jetzt. Und jetzt. Ich sehe da einen sehr leichten Weg. Aber ich weiß nicht, ob du ihn nehmen wirst. Ich spiele das Pony. Was war das Pony? Genau das habe ich erwartet. Und zwar die Karte an einen anderen Ort getragen. Bewege einen deiner Heerführer zu einem beliebigen Gebiet, das du kontrollierst. Oh, wow. Der Heerführer kann wie gewohnt weiterziehen. Also, ein Heerführer geht auf ein Gebiet, das ich kontrolliere. Hier ist ein Ort der Macht. Das ist eine Festung. Nee, komm. Das ist nicht dein Fakt. Das habe ich... Ja, okay. Ich habe es... Gold ist Festung. Dunkles Ort der Macht. Also, ich lache... Ich lache... Auch nur, weil ich es jetzt genauso falsch mache könnte. Ich habe es aber doch... Nee, nee, nee. Du bist es nicht schuldig. Warum ist ein Baum eine Festung? Das ist Anominat. Das ist die Hauptstadt von Anorien. Da sitzt Aragorn. Ja, habe ich auch nie gemocht. Ja, einfach unsympath. Gut, dann vergiss das. Ja, dann kriege ich zumindest diese eine Karte. Ja! Das Pony war trotzdem tätig. Also, es gibt ja den Siegpunkt. Ja, das Pony... MVP. MVP Pony. Nee, komm jetzt. Da oben. So. Und dann... wird jetzt hier erstmal... Scheiß. Das wird in der Haar veranstaltet. 15. Das ist so ein Quatsch. 18. So. Die Seewege. Ich sehe sie. Und ich sehe es nicht ein. Hör doch auf, darüber zu reden. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich weiß, ich weiß. 5, 8, 9. Was passiert eigentlich in 13 Minuten? Ist das Spiel dann entschieden? Das Spiel vorbei. Okay, ich greife jetzt an. Mit allem, mit allem, mit allem. Also, ich greife an. Borderlande. Mit... allem. Herführer. 15. 18. 20. Los geht's. Ich habe da einen stehen. 5. 6. Tschüss. Das ist ein kurzer Kampf. Neue Gebietskarte für dich. Weiter geht's. Scheiße, jetzt sind das nicht der ganzen Bums. Dankeschön. Weiter geht's mit Fordowayt. Mit einer 7. Das geht nicht mehr weit. Tschüss. Was? Fordowayt. Ach so, 7. Ja, ja, da kann ich nichts gegen machen. So, und jetzt... Pass auf. Jetzt habe ich diese Karte hier. Karndum, Fordowayt. Aha. So. Und jetzt steht hier, verstärke deine Armee irgendwo in... Überall in Arnor. Überall in Arnor. Das würde bedeuten, du kannst jetzt als böse Fraktion zwei Bataillone irgendwo in Arnor zur Verstärkung rufen. Das ist damit gemeint, dass diese Karte habe ich jetzt viermal weggelegt, weil ich sie... Ich und die, wir haben nicht verstanden. Ich dachte nämlich, in jedem Land, in diesem... In dem Kontinent, da müssen zwei rein. Das war meine Interpretation. Ich verstehe so, dass du flexibler bist, dass du das nicht in dem Land platzieren musst, das du erobert hast, sondern flexibler überall hin. Apropos Land, was du erobert hast, du bist da mit deinem Heerführer rein. Das heißt, du darfst auch eine neue Karte ziehen. Entschuldigung. Das war das. Okay, dann... Dann hätte ich ja nicht abwerfen sollen. Dann hätte ich jetzt vier oder sechs Siegpunkte. Jetzt habe ich so eine Karte, ich sage es direkt, von einem Gebiet, das ich schon kontrolliere. Ja. Darf man das neu ziehen oder ist das jetzt einfach ein Riesen... Dann hast du... Das ist eine Niete quasi auch wieder. Alles klar. Gut. So, machen weiter. Hier, Nordruhn. Nein! Die waren doch gerade erst angekommen. Die wollten Nordruhn. Junge! Das ist wirklich das Gedränge. Sieben, fünf. Zwei weg von mir. Damit fällt Nordruhn an den Zaun. Ach, hier ist... Ah, damit... Das war's. Was denn? Na, damit stecke ich fest. Ach, Scheiße. Ja, warum? Nee, du kannst halt nur vorbei. Ja, da ist doch hier... Ach, ja, hier geht's. Hier kommen wir noch vorbei. Okay. Also an beiden Seiten tatsächlich. Ich ziehe jetzt mal alle mit und tue am Ende die Ausländer, wenn es okay ist, damit ich nicht alle die umrechnen muss. Das glaube ich echt ein bisschen... Ähm, ich habe eine 6-4, glaube ich. Ich habe zwei Sechsen. Okay. Uiuiui. Und... Da geht's mit sieben, drei. Äh, 6-2. Also, das Gebiet ist gefallen. Oh, ich werde nicht mehr ziehen können, Scheiße. Eine 7-4. Äh, 2-3. Sie fallen wie die Fliegen. Weiter geht's. Das ist ja traurig alles. Eine 7-3. Äh, eine 4-3. Also einer von dir, einer von mir. Die Elben heißen das nicht gut. Die Elben hätten das verhindern können vielleicht. Was? Wie das denn? Indem da unten nicht so ein felsenfestes Bündnis geschmiedet worden wäre, weswegen auch jetzt der Zauberer nicht den Gondor attackiert. 1-3. 4-3. Also 1-1, genau. Ja, Bündnisse sind... Und wir Orks baden es aus. Schwierig. 7-5. 6-2. Die haben Vor- und Nachbeteil. Und vorbei. Ei, ei, ei. Ach, ich will gleich gar nicht ziehen, glaube ich. Wenn ich meine traurigen drei Einheiten kriege. Ja, sowas ist immer hart. Nee, aber der kann jetzt ja auch nicht hier in deinen Kontinent hier. So, und das sind jetzt 4, 3, 5. Ja, weiter geht's. Und ich muss nur kurz schauen. Das sind jetzt noch 10. So, jetzt haben wir mal Heerführer gegen Heerführer. Auch geil. 6-4. Einfach nur. 7-4. Nope. Du hast noch einen. Ja. Eine 5. Ja, und kampflos wurde das Gebiet aufgegeben. Gut. So, und dann geht's weiter in Licher-Ehrwald. Südlicher. Südlicher-Düsterwald. Jawohl. Bitte, du darfst dürfen. Entschuldigung. 5-4. 5-3. Also, jeweils 1, 4. Äh, ja. Und hier 2. Weiter geht's. 6, 5. Äh, 7, 5. 3, 1. Tschüss. Alter, Alter. So. Was der auch an Würfeln rausschaut. Das waren heftige Würfel hier. Eieiei. Mein Kontinent gebraked hier. Scheiße. Ja, 2. 3 eigentlich. Nee, den Oberen hatte ich nicht. Ja, aber der, der und jetzt der auch gebraked. Ja. Der südliche Düsterwald geht an Florentin. Das, äh. Ja, ich fürchte, wir haben, ja, das war eben die Spielentscheidenschlacht. Weiß ich nicht. Wir haben ja noch 7 Minuten 57, wenn der gute Zauberer jetzt aus seinem Schlaf erwacht und da... Ähm. Ja, also, wir will den jetzt noch einfangen. Wenn ich nochmal drankomme, hätte ich noch ein paar Ass im Ärmel. Äh, ich zieh die hier her. Ganz kurz, Festungen, wie geben die Siegpunkte? Man muss sie kontrollieren? Einfach nur kontrollieren. Einfach nur kontrollieren. Ja, okay, nee, dann ist ja, dann stelle ich die, äh, hier drauf. Und steht überall einer. Gut. Ganz kurz, wenn es heißt Festungen, muss man kontrollieren. Das ist eine... Das ist eine Festung, kontrollierst du. Das ist eine Festung. Das ist hiermit. Das kontrolliert Valentin. Okay, greif mal weiter an, schönen Baum. Mhm. Nö. Vier? Eins. Okay. Ähm, hier ist ein Weg, ne? Was? Hier von da nach da? Ja, ja. Nee, da ist keine Brücke. Aber da ist auch kein Fluss. Doch. Doch, doch, da ist Fluss. Er hat völlig recht. Du musst erst noch hier hoch... Also, da kommst du nicht vorbei. Du könntest nach Eregion rein und dann da rüber gehen. Das wäre noch möglich. Und da ist kein Fluss, oder was? Sieht nicht so aus. Naja, müsste ja. Wobei, eigentlich müsste da ein Fluss sein. Weil... Wo kommt... Ja, das ist ein bisschen... Aber dann, okay, dann Eregion. Ja, da... Ja, dann geht nur das irgendwie, keine Ahnung. Eregion? Ja. Äh, hab ich mir selber jetzt natürlich ins Fleisch geschnitten mit der... Mit der Papier. Okay. Dadurch verliere ich. Weiter geht's. Du hast es gut gelassen. Sechs mindestens. Fünf. Okay. Das war's mit Eregion. Und... Keine... Doch, Herrführer. Karte. Karte für dich. Okay, so eine Karte, Florentin. Da wollten wir... Oh, Leute, ich versuch's so schnell jetzt zu machen, wie's geht. Lokaler Aufstand. Sofort ausspielen. Ziehe eine Gebietskarte und schaue sie verdeckt an. Wenn du dieses Gebiet besitzt, decke die Karte auf und füge diesem Gebiet vier Bataillone hinzu. Wenn das jetzt Eregion ist, dann haben wir natürlich Spaß. Das Auenland. Ja. Hast du. Auenland. Geht's. Gebe vier. Nee, jetzt bin ich bei dir. Das war's. Hinzu. Und das... Aber du wirst zweiter. Ein Punkt. Warum geht's aber nicht in dem Spiel? So, und jetzt einmal das hier, bitte. Ja. Ja. Machen wir... Zwei. Vier. Mist. Alles klar. Okay. Und das war's. Toller Zug. Wow. Und jetzt kommt noch ein letzter in fünf Minuten. Wer hat denn angefangen? Wer hat den ersten Zug gemacht? Valentin. Ja. Okay. Das heißt, wir enden jetzt, glaube ich, wahrscheinlich auch ganz gut. Ja, also ich fände es schon schön, wenn das nur vier Minuten braucht, aber let's go jetzt. Also ich habe drei Truppen, ich brauche es für mich nicht durchrechnen, mehr werden es nicht sein, bei den verbleibenden Ländern, die ich habe. Ich kann aber immerhin Gebietskarten einlösen. Ich habe von jeder Art eins, das heißt, ich kriege zehn Truppen. Oh, toll. Das möchte ich mir auch nicht entgehen lassen, denn die wären wichtig für alles, was ich vielleicht noch schaffe. Da kann ich dann zwei Trolle mit aufstellen. Und mit deren Hilfe möchte ich... Mit deren Hilfe möchte ich natürlich versuchen, nochmal ein bisschen Schaden anzurichten. Und zwar... Und zwar, und zwar, und zwar attackieren wir aus dem... Hm, nee. Wir attackieren aus den Landen hier hinten, aus den Totensümpfen mit... Also hier haben wir schon mal... Das sind dann 14, das sind 19 und dann haben wir hier nochmal bleibende 22. Die rücken jetzt in die braunen Lampen vor. Dieses Gebiet habe ich schon wirklich häufig erobert. Das ist korrekt, ja. Schade, dass ich da keinen Heerführer mehr habe, aber sonst ist es auch Bullshit. Fünf. Fallen gelassen. Ah, du hast ja noch ein paar. Nee, einer von mir. Vier. Drei. Nee, fünf habe ich. Ja. Ja, okay, gut. Braun, lande für mich. Wie hast du? Einmal Gebietskarte für mich. Und weiter geht die wilde Fahrt in Richtung... Welche Richtung gehen wir denn? In die Richtung von Südruhen. Alles hin da! Ich habe eine Drei. Ja, das weiß ich nicht. Eins, okay, von mir aus. Gut, Südruhen fällt auch wieder in meinen Besitz. Einer ist spät. So, hier hinten gehe ich lang nach Nordruhen. Dann kannst du aber nicht alles Ruhen aufrollen, ne? Warum nicht? Oder? Dann kannst du nicht mehr so... Warum nicht? ...steckst du fest. Warum? Also, komm doch an, wo du hin willst. Okay, nee, nee, alles gut. Nee, alles gut. Aber genau das kann er ja. Ja, okay. Ist die Frage, wo er danach hin will. Ja, das stimmt. Okay. Ja, das würde ich zeigen. Mach nur, ob du es schon wissen. So. Ähm. Mhm. Fünf. Ach, wenn ihr ein bisschen schneller würfeln könnt. Ich versuch's wirklich. Äh, komm. Äh, ja. Zwei. Sechs. So Elben leben auch nicht ewig. Ähm. Ja. Hierhin. Ja. Wir müssen uns hier übrigens einen wegdenken. Eins. Du hast gewonnen, schon gewonnen. Sechs. Okay, zack. Nächster Kontinent. Bam. So. Ich möchte rüber über die Brücke in den Düsterwald. Mhm. Da bin ich beteiligt. Ich bin Düsterwalds Anteilseigner. Sechs. Vier. Good. Top. Du hast gewonnen. Der örtliche Düsterwald fällt auch an mich. Ähm. Wir sind jetzt hier gerade bei. Hier fehlt, hier fehlt, hier fehlt. Das heißt, ich nehm einen von denen weg. Ähm. Entschuldigung mal lieber hier. Nicht, dass du das vergisst am Ende. Genau. Ja. Zudie nochmal raus. Du hast gern ein paar. Okay. Was mach ich denn jetzt? Ich möchte. Ich möchte auf jeden Fall zum Karoq. Mhm. Deshalb. Fünf. Ein. Mhm. Okay. Das bleibt mal krass an mich. Würfelstarke Sendungen heute von mir. Jetzt waschen wir dich mal eben schnell aus. Zack. Was ist denn jetzt dein Plan? Zack. Schaden anrichten. Du könntest in 20 Sekunden fertig sein. Ich versuche jetzt noch so viele Punkte, wie ich kann, mir zu holen. Das macht natürlich Sinn. Was auch sonst, Alter. Hier fehlt jetzt einer. Müssen wir denken, dass da einer ist, der finde nur noch zwei wert ist. Und, boah, das ist eine schwere Entscheidung. Das ist eine schwere Entscheidung. Aber ja, Florentin, ich greife dich da. Also im letzten epischen Anlauf greife ich dich da an. Schön. Toller Kampf. Der epische Empkampf. Sieben, vier. Ähm, fünf, drei, zwei. Also zwei von mir. Das heißt, ich kann das Pferd jetzt hier direkt wegnehmen. Ich habe fünf, fünf, vier. Vier, drei. Zwei von mir. Ja. Das heißt, noch drei bei dir. Ja. Okay. Sechs, drei, drei. Entschuldigung. Sieben, drei. Gut. Beide von mir. Einer von dir. Und sechs, vier, vier. Sieben, eins. Okay, einer von dir, einer von mir. Das heißt, ein weiteres Pferd ist weg. Und dann zu guter Letzt fünf, fünf, drei. Sechs, drei. Gut. Einer von dir, einer von mir. Fünf, oder? Fünf, fünf, drei. Ähm, vier, zwei, eins. Ich habe nur noch einen, ne? Nein. Okay. Glückwunsch. Gut. Gut, 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 gut. Ich glaube, das war die Zeit. Ja, die Zeit ist abgelaufen. Das heißt, mein Zug ist auch vorbei? Das weiß ich. Ich glaube, ich würde schon argumentieren, dass man den dann noch fertig macht, oder? Sonst hätte ich noch ein bisschen was attackiert. Also, keine Ahnung. Das ist doch sonst meistens so, dass der Zug... Okay, Zug. Ich finde es sogar passend, weil er, weil du ja angefangen hast und er hat den letzten Zug. Das heißt, können wir schon mal. Also, Zug noch zu Ende machen. Ähm, das ist sehr lieb von euch. Vielen Dank. Dann, ähm, möchte ich natürlich Attacke, 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 wo immer es geht. Und zwar nehme ich diese sieben und attackiere noch Eregion. Sechs. Ja, okay. Dann attackiere ich nochmal Eregion. Ich habe noch gar nicht gewürfelt. Äh, fünf, drei, fünf, drei. Eregion geht auch noch an diese Gefahr. Und von da aus rücke ich weiter vor Richtung Dunland mit... Das werden dann nochmal fünf Armeen. Kratzt es da raus. Okay, fünf habe ich. Drei. Okay. Okay, Dunland. Ähm, dann erstmal hier. Machen wir auch nochmal. Mit den Vieren. In das Tal des Anduin. Fünf, zwei, eins. Entschuldige. Alles gut. Äh, zwei. Ja. Eigentlich wirf ich ja nur Shit. Tal des Anduin. Geht auch an mich. Ähm, ja, da habe ich jetzt noch drei. Ach, komm, Florentin. Ein letztes Mal. Ich attackiere dich mit... Ja. Mit, äh, zweien müssten es dann sein. Oh, okay. Okay. Zwei angreifige Einflussleidiger. Das kommt zwar. Ne, die sechs. Oh, gut. One on one. Okay. Was für ein episches Finale. Drei. Ja. Entschuldigung, zwei. Zwei? Ja. Ich auch. Dann gewinn ich. Okay. Sorry, ich war noch immer. Ja. Herr Führer-Modus. Und damit endet auch mein letzter Vorstoß. Das hätte ja auch gar nichts gebracht. Also einfach gar nicht. Einfach noch ein Ländchen. Ja, aber das bringt ja nichts. Einen Siegpunkt. Was? Ja. So, okay. Na gut. Jedes Land gibt einen Siegpunkt? Das wusste ich auch nicht. Okay, cool. Ich erinnere mich, wie ich das... Ja, ja, es ist einfach... Ich bin einfach von Regeln auch, wenn es sehr viele sind, auch schnell über Overwound und vergessen dann auch wieder viel. Das war... Das war keine Kritik. Das hätte mich nur geärgert, hätte ich das wirklich nicht gesagt. Aber da bin ich mir sicher. Du hast das super geärgert. Ich hab mein Bestes gegeben. Ey, es hat viel Spaß gemacht, Leute. Vielen, vielen Dank. Letzte Runde. Wuhu. Meine Damen und Herren. Sehr chaotisch. Sehr viele interessante Strategien, die aufgegangen, teilweise nicht aufgegangen sind. Ich bin sehr gespannt auf die Aufzählung. Ich auch. Also einmal ganz kurz nur für mich. Das Bündnis war da unten. Lasst ihr euch in Ruhe. Ja, ja, genau. Okay. Ja, wobei eigentlich nur in hier, wie heißt das? Harad? Ja, ja, genau. Mordor hätte ich ja angreifen dürfen. Ja. Deswegen, gut, du dachtest jetzt, das Bündnis betrifft komplett unten. Also zumindest so hab ich's nicht verstanden. Deswegen dachte ich auch, dass du verstehst, warum du schnell machen sollst. Weil ich jetzt natürlich Mordor noch genommen hab. Ah. Aber das konnte ich dir grad schlecht sagen. Wir hatten noch nicht mehr Zeit für ein Diplomatie-Ding. Ich bin auch echt immer im Leben ganz schlecht mit Zeitmanagement. Und ich dachte so, ja, jetzt brechen diese 30 Minuten an. Dann komm ich ja auf jeden Fall nochmal dran. Und deswegen hab ich nicht alles, was ich eigentlich machen wollte. Ja. In diesem einen Zug, wo ich aber schon über die Zeit Zeitliste gemacht habe. Und das war so mega, mega dämlich. Weil jetzt hab ich ja praktisch nix mehr. Und das hätt ich ein bisschen anders abgesaved. Also ich hab mich einfach strategisch völlig vergaloppiert am Ende. Ist aber, glaub ich, das erste Mal in der Risikogeschichte, dass ein Bündnis bis zum Schluss nicht eingehalten ist. Dass man da nicht einfach reingewirkt wird. Ich mein, klar, wir hatten jetzt ein Timelimit. Das wär irgendwann auch gefallen. Ja, irgendwann wär's gefallen. Das stimmt. Aber ich argumentier jetzt natürlich, es war die Ehre. Klar. Ja, ja. Das hätt ich niemals gebrochen. Ah, ja, 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 ja. Okay, spannend. Ihr habt beide, ich fand, sehr gut gespielt. Und mir da auch schön schnell den Kontinent am Anfang streitig gemacht. Er ist auch fies, wenn direkt zwei auf einen. Aber das ist Standardrisiko eigentlich. Ja, ja, das war in dem Fall auch einfach nur vernünftig. Und ich hab dann ja noch mal versucht, so ein bisschen das zu drehen. Aber die Zeit ist dann, hat für dich getickt. Ich würde vermuten, Florentin, rein von der optischen Sicht, dass du's wahrscheinlich gewonnen hast. Wir werden jetzt natürlich Punkte zählen. Ja, vor allem kamst du halt nicht mehr in den Kontinent da oben ran. Hättest du da noch ein Land weggekriegt oder so, dann würd ich sagen, wär's noch nicht so ganz klar. Aber jetzt würd ich schon auch sagen, es wär verwunderlich, wenn Florentins Rennen nicht war. Ich muss zugeben, ich hatte auch beim Spielen nicht immer die Siegpunktbedingungen genau vor Augen. Nee, ich hab auch nicht gedacht. Einfach so, erobern, mehr Land, mehr Land. Okay, noch einmal die Frage, habt ihr noch letzte Karten auf der Hand, die ihr noch nicht ausgespielt habt, die ihr erfüllen könntet? Also ich hab nämlich noch, ich hab tatsächlich gerade noch was eingesackt. Ah, cool. Das hab ich jetzt noch nicht umdrehen können. Und zwar hab ich noch mehr, mit Thranduils Hallen, hab ich mir hier noch einen Siegpunkt gegönnt. Ja, aber den musst du doch schon in einem Zug ausspielen. Das wär jetzt noch meine Frage, vielleicht auch ein bisschen gewesen, ob ihr so was habt, aber dann lassen wir das nicht mehr zu. Nee, das kannst du schon nehmen, bitte. Also mein Zug ist ja quasi gerade erst geendet. Ich hab ja noch nichts, was so streng genommen, wär ich noch dran. Ja, nee, das kannst du in deinem Zug, aber ich würd sagen, wir können das eigentlich nicht. Ich hätte euch aber die Möglichkeit gegeben, wenn ihr was habt. Nee, okay, aber das kriegst du auf jeden Fall. Ja, okay, dann hab ich nix. Aber das ist leider sehr ungünstig, dass die so missverständlich formuliert sind. Boah, ich muss auch sagen, da hätten sie gern mal im Versammel zu viel Text drauf geschrieben, sodass man ein bisschen mehr Kontext und Info hat. Einfach, was muss ich machen, was krieg ich dafür? Exakt so, ja, das kannst du ja mit Doppelpunkten genauso aufteilen. Aber ich glaube, das ist auch so, ich glaub, diese Komplexität, wie bei vielen Spielen, entfaltet sich erst, wenn man das mal gespielt hat. Und am zweiten Spiel, da ist man dann drin so. Auch mit diesen ganzen, weil die Herführer sind ultra krass. Also die sind richtig krass. Gerade wenn du irgendwie was Wichtiges verteidigen willst mit Herführer, mit Verteidigerbonus, Mundplus1-Bonus. Das ist schon heftig, ja. Das ist wirklich heftig. Und im Angriff ist der echt krass. Man hätte den viel mehr nutzen können, glaube ich. Wahrscheinlich. Es ist halt wirklich verflucht komplex an vielen Stellen. Allerdings, ich hatte schon das Gefühl, nachdem wir jetzt auch natürlich vor einer knappen Stunde nochmal eine intensive Diskussion über die Karten hatten, wir kamen immer weiter rein. Und gerade du, Florentin, hast das mit dem Herführer auch schon sehr schnell sehr gut zu nutzen gewonnen. Ja, ich hatte natürlich diese Karte, wo ich dann direkt hinkonnte. Weil das Bewegen ist schon echt eine Einschränkung. Wenn man einmal bewegen kann, dadurch hast du überall so diese Fünfer hier und Dreier mal da und Fünfer da, die aber einfach nichts bringen, weil die nicht an der Front sind, sondern einfach hier so rumhängen. Den Rest des Spiels, weil du wirst nie die mal so bewegen, die drei. Sondern du musst echt gucken, dass du die alle da hast, wo du sie brauchst. Ja, true. Ihr kennt das doch auch aus irgendwelchen Videospielen, dass man immer die ganzen Tränke und Essen, da schleppt man das Ganze viel mit sich rum, weil man nie weiß, wann kommt dieser Moment. Ja, ja, ja. Und das hatte ich mit den Herführern, weil meiner, der hat sich hier nie bewegt. Und der hier, der hat sich einmal von hier nach da bewegt. Weil ich so ein bisschen so, aber der kann ja sterben. Ja, ja, ja. Besser zieh ich den nicht ins Feld. Aber ihr habt doch beide noch beide, ne? Weil ich hab's geschafft, beiden umzubringen, mit super viel Glück wiederzubeleben und dann nochmals zu verlieren. Also, wenn man ganz ehrlich ist, ich hab eigentlich nichts gemacht in diesem Spiel. Ich hab hier mal so ein bisschen an so Grenzen einmal von Land eingenommen, um so eine scheiß Karte zu kriegen, die ich nie eingetauscht habe. Aber ich hab nie so einen großen Kampf wie je geführt. Ich bin maßlos enttäuscht von diesen ruhigen Elben. Ja, ja, ja. Jetzt schauen wir mal. Also, was zählt jetzt alles für Siegpunkte? Also, es zählen als Siegpunkte die Karten, ne? Haben wir ja jede gespielte Karte, auf der so eine Siegpunktgeschichte drauf ist. Das zählt jetzt. Als Siegpunkte zählen die besetzten Festungen. Das ist dann jeweils zwei Siegpunkte. Festung ist besetzt, wenn ihr das Land, in dem die Festung liegt, besetzt habt. Also zum Beispiel jetzt hier der Baum von Annuminas. Das ist eine Festung, die du besetzt hast, Florentin. Und es zählt jedes besetzte Land, und zwar eins pro besetztem Land, ein Punkt. Das sind die Dinge, die wir zusammen basteln müssen. Okay. Ich kann auch noch mal in den Regeln nachschauen. Vielleicht steht da noch so was wie... Ach, und übrigens, Valentins schöne Haare geben auch noch einen Punkt. Genau, die geben auch noch einen schönen, ein Grad sagen. Danke schön. Ich werde jetzt auch meine Haare, meine richtigen Haare blond färben. Das habe ich gerade für mich entdeckt. Genau, ein Punkt für jedes Gebiet, das du kontrollierst. Zwei Punkte für jede Festung. Punkte für ausgespielte Abenteuerkarten, wie auf den Karten angegeben. Und Zusatzpunkte für jede vollständig kontrollierte Region. Gut, dass ich noch mal reingestragt habe. Sehr gut, tatsächlich. Und, oh, Region heißt Kontinent. Ja. Dafür gibt es wie viel? Dafür gibt es dann einen pro Kontinent. Das ist ja wenig für Kontinent. Es gibt einen pro Land und einen pro Kontinent? Also hier steht Zusatzpunkte für jede vollständig kontrollierte Region gemäß Verstärkungstabelle. Ha! Gemäß Verstärkungstabelle. Die Regeln lassen einen nie im Stich. Boah, ey, Leute. Ich möchte das auch mal ganz kurz vielleicht an die Zuschauenden da draußen. Bitte, bitte verzeiht mir, wenn ich heute ein bisschen was verbuchselt habe. Das ist wirklich unser intensives Degelwerk. Ich habe mein Bestes gegeben. Es tut mir leid, gerade wenn ich euch am Ende doch irgendwo benachteiligt haben sollte. Hast du ja gar nicht. Das hast du eben sehr gut hinbekommen. Es ist auch wirklich ein, finde ich, ein krasser Job. Du hast es ja auch noch nie intensiv gespielt. Und dann direkt alles richtig zu machen. Ja, und auch da noch mal danke natürlich an den Valer Patricia in der Regie, die ab und an Korrektur auf mein Ohr gegeben hat. Okay, mal gucken, wo wir landen jetzt hier. So, jeder zählt jetzt erstmal für sich, oder was? Äh, ja. Mal. Okay. Oh, Mann. Jetzt, ah, jetzt eigentlich nicht noch ein bisschen mehr gerade. Egal. Okay, woher? Fünf. Ja. Ich habe gerade überlegt, ob vielleicht einer was quatschen soll. Aber nee, wir ziehen jetzt einfach alle konzentriert. Ja. Besser. Okay. Also, Kontinent habe ich. Harad, zwei. Mordor, zwei. Nein! Auf den letzten Metern. 13, 14, 15. Puh, yeah. Ach so. Hey, das kann doch nicht sein. Ich zähle, es ist das vierte Mal. Ja, ich auch. Ich habe ein paar lange gezählt und jedes Mal ein anderes Ergebnis. Das ist wirklich peinlich. Weil, in welcher Reihenfolge zielt man was? Fünf, sechs. Eine Fläche. Wie soll das gehen? Okay. Oh, 28. Okay. Du hast 28 Länder? Nee, nee. Ähm. Es werden immer weniger. Okay, ich glaube, ich habe ein Ergebnis. Ich auch. Habe ich zählen nochmal. Ah nein, ich habe meine Boni vergessen. Okay. Boah, Alter. Gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Also, ich war schon ziemlich mies, aber das hat geholfen. Festungen zwei pro Festung. Zwei pro Festung, ja. Das große Deuten. Ich war übrigens Florentin die ganze Zeit. Jetzt mal so als Auflösung. Kein Zauberer tatsächlich hier. Kleiner Streich von mir. Ich war es die ganze Zeit. Wirklich immer weniger Alter, das kann doch nicht eingehen. Ich habe alles gezählt. Länder, Kontinente nach Verstärkungsbasis, Festungen und Karten. Ein Ergebnis liegt vor. Das wird der Notar nochmal nachprüfen. Meines liegt auch vor. Rückblicken jetzt, wo man diese Faktoren kennt. Pass auf. Hätte ich anders gespielt. Ich hätte ganz anders gespielt, ja. Ich würde sofort nochmal gerne Revanche spielen. Nicht jetzt sofort, aber in Zukunft. Ja, ja. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Morgen Abend bei Anton. Ja, schön. Gut. Aber es ist auch nicht so warm bei mir. Oh ja, hier ist es echt warm. Okay. Okay, los geht's. Wie sieht das aus bei euch? Ich habe zwei Ergebnisse. Nimm Durchschnitt. Also entweder sind es 38 Punkte. So viel? Oder es sind 36 Punkte. Also endlich ganz auf 37. Bei der einen Zähnung hatte ich 38, bei der anderen hatte ich 36. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich würde es auch mal davon abhängig machen, wie eure Punkte sind. Genau, vielleicht wird das ja gar nicht relevant hier. Das kommt genau auf den Punkt an. Ja, dann kann ich, glaube ich, es macht einfach dramaturgisch Sinn, wenn du das jetzt sagst. Ähm, ich komme auf 47. Wow. Stolzes Ergebnis. Ja, und ich komme auf 32 und damit hat Florenti gewonnen, offensichtlich. Danke schön. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Sehr, sehr gut. Danke schön. Falls das stimmt. Mit einer dicken Klammer, die Kommentare können hier korrigierend eingreifen. Aber selbst wenn du dich um fünf verzählt hast, hast du halt immer noch gewonnen. Ich habe 25 Länder über die Kontinente, sieben. Und ich habe es geschafft, sechs Festungen zu haben insgesamt. Boah. Ja, du bist ja auch immer in die Seelen aufgegangen, oder? Weil allein hier unten sind ja vier Stück. Oh, stimmt. Ja, ja. So, die ist auch niemandem aufgefallen. Das ist echt crazy, ja. Es ist auch verrückt, ne? Da sind so viele Festungen und das gibt mehr, aber hat nur eine Festung. Ja, das ist schon irre. Also, da muss man echt, also diese Bewertung der Kontinente muss man echt genau im Auge behalten. Ja, muss man abchecken, stimmt. Welches, was ist wie viel wert? Ja, ja. Dann durch Karten habe ich noch drei. Ja. Die haben am allerwenigsten. Ich habe auch drei von 47 diese Karten. Ich dachte mir, scheiße, scheiße, ich muss das Ding erobern. Ich muss das Ding erobern für zwei Punkte. Ich habe drei auch durch Karten. Also, wir haben alle den gleichen Score, oder? Drei durch Karten. Das heißt, diese Aufgaben haben sich ja null gelohnt. Ich hatte auch noch auf der Hand eine absolute Fallenkarte. Gewaltige Stürme. Wenn jemand über Land eingreift, verliert er drei Truppen. Oh. Aber diese Seewege hat nie jemand benutzt. Nee, das ist halt nix. Also, ja, die verhindert tatsächlich, dass man diesen Seeweg wählen würde. Aber seine Karte würde ja nicht verhindern, dass irgendjemand angreift. Ja, ja, ja. Das wäre dann wirklich nur Scheiße für den Gegner. Das ist der Fallen, Karin. Okay, wow. Ey, aber hat trotzdem mega Bock gemacht. Das war eine schöne Runde. Vielen Dank euch beiden. Danke dir auch, dass du die Regeln im Kopf hattest. Voll. Versucht. Und dass du ein bisschen geleitet hast. Und vielen Dank für alle, die durchgehalten haben bis zum Ende. Aber gut, Herr der Ringe-Fans sind natürlich viele, viele Sitzstunden gewohnt. Deswegen hoffen wir ... Und Risikofans sowieso. Ja, absolut. Also, hier kommen eh wirklich die Hardcore-Fans, die sagen, was unter vier Stunden, schau ich gar nicht an. Ja, genau, ja. Und trotzdem war es noch ein verhältnismäßig kurzer Herr der Ringe-Film wahrscheinlich. Aber dafür mit genau dem richtigen Action-zu-Rede-Anteil, würde ich sagen. Ja, der böse Zauberer hat gewonnen. Ja, auch das. Am Ende, ähm, ja. Nehmen wir mal so mit. Ja, aber auch mal ein interessanteres Ende, was Neues. Das stimmt. Ich meine, nur die Helden und so. Ja, gut, ich bin so voll. Leute, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an Regie, an Kamera, an alle Menschen, die hier beteiligt waren. Es war ein sehr, sehr schöner Abend. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, schaut gerne im Rocket Beans Supporters Club vorbei. Da freuen wir uns sehr. Das macht Sendungen wie diese hier möglich. Und bezahlt Kostüme wie dieses. Es ist ein, ihr seid einfach fantastisch, indem wir uns in diesen Zwirn, ähm, uns wandeln lassen. Ich glaube, wir brauchen noch genau drei weitere Supporter. Dann können wir uns leisten, diese Bärte auch mal zu waschen zwischen den Sendungen. Und das wäre persönlich mir sehr, sehr lieb. Oh, das glaube ich. Ähm, ja, vielleicht, äh, kann jemand eine goldene Strähne von mir bekommen. Oh! Uh, die seht ihr gar nicht, so klein und golden ist sie. Herrliche goldene Strähne. Ich könnte nur so tun, aber sie ist wirklich da gewesen. Ihr habt sie gesehen. Sie war wunderschön. Genau wie diese Ausgabe Risiko. Mehr können kommen, wenn ihr Szenarien im Kopf habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Gerne eure Vorschläge. Moment, wollen wir nicht erstmal das Gleiche, wenn wir jetzt, wo wir es können, noch mal spielen. Können wir auch machen. Schreibt, ihr dürft auch gerne reinschreiben, noch mal Herr-der-Ringe-Risiko. Ja, bitte. Hauptsache, ihr meldet euch. Dann freut mich. Genau, meldet euch. Ja, Anton ist einsam am Wochenende. Schreibt doch nur die Kommentare. Okay. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.